So, ei, 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 ei. President Ebel. Ebel, der sagt das so schön in dem Spiel. Ich schau mal schnell in unsere Sammlung. Wir haben ganz viel, glaube ich, Bonuswährung, also ich weiß nicht wie viel, aber... Die Stream-App hatte ich benachrichtigt, äh, ja immerhin. Genau, jetzt kann ich quasi für 500 Punkte den hier kaufen. Kriegen wir dann irgendwie nur Bilder. Okay. Keine Story oder sowas. Outfits. Wenn ich hier Outfits freikaufe, kriegen wir die dann, haben wir die dann wirklich? Boah, 5000! Ja, da sieht man, wie oft und, und, und umfangreich das Spiel eigentlich gespielt werden will. Oder könnte. Na gut. Hallöchen an alle. Ja, cool, dass euch wenigstens dann Twitch-Notifications geschickt hat. Warte mal. Es gibt bereits Systemdaten. Nein. Na ja, ist schon okay. Lass mich in Ruhe. Wir gehen jetzt einfach auf Szenario. Let's go! Nein, ich will nicht die alten Szenario-Daten laden. Ich möchte Entscheidungsfrage spielen. Ich bin ein bisschen verwirrt, warum hinter Entscheidungsfragen noch zwei so flimmernde Monitore sind. Aber ich dachte, im ersten Teil sind wir jetzt schon im letzten Level. Aber gucken wir mal. Okay. Entscheidungsfragen. Let's go! Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Hier dürfte George, glaube ich, der Richtige, der Story-Charakter sein. Ah, ich würde trotzdem gerne lieber Joko nehmen. Aber weil George hatten wir schon im Krankenhaus fälschlicherweise. Also nehme ich einfach Joko. Ich meine, die Studentin, die passt auch zur Universität. Insofern Ja. Yeah. Let's go! Wie lange planst du zu streamen? Mit mit kleinen Pausen oder einer kleinen Pause oder so gucken wir mal bis schauen wir 10, 11 sowas. Und ich plane übrigens, dass wir nächsten Dienstag, wenn Silent Hill 2 Remake erscheint, was ganz ähnliches machen. Auch einen langen Streamtag. Aber da gucken wir mal. Too much growth weakens an Organisation. What should be important becomes overshadowed by greed. Mass production? Ridiculous! Ridiculous! One Masterpiece is enough. Schutzprovisorium. Okay. Hi, Löffelkreis. This place too. One. dear George, I have vital information about the current city crisis which only you will understand. I'm waiting at the university. Please contact me as soon as possible. Peter Jenkins. This is Jenkins! Raccoon University. Why there? Tja. Ich muss mir dringend mein Bart mal wieder stutzen. Das ist schon überfällig. Ich hasse das, wenn die Haare so auf die Oberlippe hängen. Mach ich gar nicht. Wenn die so lang sind, dass ich die in den Mund nehmen kann von der Oberlippe, dann, dann sind wir zu lang. Dann müssen die gestutzt werden. Manchmal wünsche ich mir, manchmal denke ich mir, so ein geiler, buschiger Oberlippart wäre schon auch cool irgendwie. Aber dann denke ich mir wieder so, ach nee, die stutzen wieder das scheiß Ding. Das ist zu viel Arbeit einfach. Ich fände es irgendwie schon fancy, so einen prächtigen Mustache of Authority zu haben. Aber das ist es mir nicht wert. Das ist mir die Pflege nicht wert. jeden Tag hemmen, bürsten, mit mit Bartwachs irgendwie in die richtige Form zwirbeln. Nee. Nee, will ich nicht. Hi, Pip-Boy. Ja, ne, das ist zu viel Aufwand. Da habe ich lieber einen kurzen Bart, der ab und zu mal gestutzt wird und fertig ist die Bartpflege. Wenn man ganz, wenn man so richtig fancy ist, macht man vielleicht mal ein bisschen Bartöl rein oder sowas, aber das ist dann schon das höchste der Gefühle. Na gut, dann klappe ich mal die Türen hier ab. Das ist ja eine richtige, das erinnert mich ja fast an die typischen Resident Evil Villen aus 1 und Zero und Code Veronica im Grunde auch ein bisschen. Okay, Überwachung. Aktivieren sie den Aufzug. Okay. Damit aktiviert man den Aufzug über ein Passcode. Okay, den haben wir wahrscheinlich nicht. Jetzt geht sie wahrscheinlich wieder rein. Ich möchte das nicht. so wie ich es fühle auf dem Bart rumkauen. ist nervig. Na, vor allem, wenn man, also, wenn er dann wirklich zu lange ist. Da ist er jetzt noch nicht so weit bei mir. Aber wenn er wirklich, wirklich zu lange ist und man beißt dann irgendwie auf dem Bart, wenn man Brötchen isst oder sowas. Kennt ihr das? Auf den Oberlippen Bart? Man hat so die Barthaare auf den Zähnen, wenn man ins Brötchen beißt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hasse ich so richtig. Da weiß man, dass es aber wirklich allerhöchste Eisenbahn jetzt wird zum Stutzen. Oder zum aufwendig Pflegen. Das muss jeder selber wissen. Ich bin dann eher für Stutzen. Ein einfaches Schloss. Das könnte die Reporterin jetzt knacken. Okay, wir haben eine Waffe, wir haben grünes Kraut, wir können hier speichern, wir können den Aufzug noch nicht bringen, weil der Knopf zeigt keine Wirkung. Stand das da wirklich gerade? Der Knopf zeigt keine Wirkung. Das ist irgendwie ein bisschen lustig übersetzt, oder? Hat sie den Knopf gegessen und erwartet, dass irgendwie ihre Rückenschmerzen geheilt werden, oder? Der Knopf zeigt keine Wirkung. Schade. Na gut, dann gehen wir mal raus. Ich habe immerhin den Safe Room schon mal gefunden, auch nicht schlecht. Und wenn man sich auch noch ein Haar ausreißt dabei, oh Gott. Mein Papa hat sich die Seiten seines Oberlippenbarts abgekaut, wenn er nervös war. Ja, ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen. ein Gemälde. Die Universität von Raccoon City, oder? Wenn das Polizeirevier schon quasi so ein super crazy Labyrinth ist, wie muss dann die Universität erst aussehen? Gab es die Universität? Ich weiß gar nicht, die Lore von der Universität habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ob da Umbrella auch mitfinanziert hat? Bestimmt, ne? Sonst hätten die keine Tyrant-Forschung im Keller, nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, die Akte lesen ist gerade ungünstig. Die Die Zombies in dem Teil sind schon auch extra zäh, ne? Das Buch kenne ich schon, ich brauche es jetzt nicht lesen. Ja, aber wir kennen es noch nicht. Peters Tagebuch. Oh, der wurde bestimmt vom Wolf gefressen. 30. August. Das Reagenz ist fast fertig. Wenn die Herstellung abgeschlossen ist, haben wir endlich ein Mittel gegen den elenden T-Virus. Ich habe über einen ehemaligen Forschungsleiter namens Greg von Umbrella aus Untaten gehört. Ohne sein Wissen und seine Hilfe hätte ich das Reagent nicht herstellen können. Die Virenforschung als Geschäft ist unverzeihlich. Wir haben das Reagent Daylight gekauft. In your eyes I wanna be sunlight only warmer, weil Tageslicht neue Hoffnung nach der Dunkelheit bringt. Ich finde den Namen sehr passend, wenn man den Zweck der Reagenz bedenkt. 15. September. Ich habe die T-Probe von Greg und habe Daylight in your eyes daran getestet. Es ist noch recht instabil, unterdrückt aber die Ausbreitung der T-Virus Zellen. Bald haben wir es geschafft. Guck mal, das ist so ganz typisch. Früher war das glaube ich noch häufiger als heute, aber das in der deutschen Übersetzung. Dankeschön für die Quacks Adam. Das ist in der deutschen Übersetzung der Text so aus der Textbox rausquillt. Das ist schon lustig, was einfach zu lang ist. Okay. Wenn ich darüber nachdenke, woher hat Greg die T-Probe eigentlich? Er behauptet, ein Freund habe sie ihm zugesteckt, aber ich glaube, Umbrella jagt ihn. Verschweigt er mir was? Na, geht mich ja nichts an. Einige Seiten sind herausgerissen, 19. September. Ich habe mich völlig getäuscht. Wie konnte Greg nur so etwas Schreckliches tun? Es war alles ein Trick. Er hat alles genau geplant. Warum hat er mich so gedrängt, Daylight fertigzustellen? Weiß außer Greg nur ich, wie die Mischung hergestellt wird? Bin ich in Gefahr? Ich werde mich einfach dumm stellen. T-Probe beseitigen, Reagentienanleitung verstecken, Kontakt zu George aufnehmen. Veröffentlich doch das Rezept für Daylight einfach im Internet zum Beispiel. Dann ist das Wissen da draußen und da musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass dich irgendwer deswegen umbringt. Also, vielleicht das Rache oder so, aber dann bist du nicht mehr... Okay, hier ist noch mehr Text. Das ist irgendwie echt... Das nervt mich ein bisschen, dass es so viele Texte zu lesen gibt, aber eigentlich ist das Spiel so konstruiert, dass man lieber keine Texte lesen sollte, weil wir haben alle den Tevirus und jede Sekunde, die ich hier lese, steigt meine Vergiftung und NPCs laufen rum und sterben irgendwie random, aber macht ja nichts. Fakten zur Genealogie. Bei Katzen und Hunden kommt sie häufig vor, selten bei Menschen. Eine genetische Mutation namens ungleiche Augen, bei der das rechte Auge eine andere Farbe hat wie das linke. Ich kenne da ein paar Leute, die das haben, also Menschen jetzt, keine Hunde und Katzen und ich finde das so unfassbar cool. Ich bin da sehr neidisch. Ich würde das jetzt auch nicht mit Kontaktlinsen simulieren wollen, weil das ist irgendwie auch dann lame, aber wenn man wirklich zwei unterschiedliche Augen hat, so ganz markant, so ein braunes und ein blaues, wie ich eben jemanden kenne, das ist so mega cool, finde ich. Das ist so mega cool. Fakten aus Genealogie. Eine weitere seltene Fall trat bei einem Elch 1981 in Britisch-Kolumbia in Kanada auf. Es wird berichtet, dass der Elch ein rotes und ein blaues Auge hatte. Die wie Juwelen leuchteten. Ich kenne das von einem Tiger. In den Raccoon Forests habe ich sowas ähnliches mal gesehen, bei einem Tiger. Timer wie bei Fallout. Wie bei Fallout 1 so ein bisschen. So ein unsichtbarer Timer im Hintergrund, der die ganze Zeit läuft. Weil guck, da unten im Eck seht ihr es jetzt gerade, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Das steht jetzt auf 4,32%. und es steigt quasi jede Sekunde um ein Zehntausendstel oder sowas. Und wenn das 100 erreicht, sind wir einfach instant game over. Quatsch. Muss ich für ihr Extra-Inventar in den Rucksack rein? Ja, okay. Naja, irgendwas ist immer, ne? Dann gehen wir mal weiter. Oh, hier steht, ach so, ein schickes Sofa mit dem Passenden. Ich hab aus Passenden hat mein Hirn so im Augenwinkel Passwort gemacht. Oh, schon wieder eine Notiz. Okay, Zahlen. Oh nein, ich hab keinen Kugelschreiber. Mir ist doch irgendwie im letzten Stream mein Kugelschreiber explodiert. Ich hab keinen neuen geholt. Ähm, hab ich hier irgendwo einen Kugelschreiber? Noch? Wartet mal kurz. Ich glaub, ich kann das Spiel wenigstens, genau, so können wir wenigstens wirklich pausieren, pausieren. Ich, ähm, muss mal schnell einen Stift suchen. Ich bin sofort wieder da. Ganz, ganz kleinen Moment. Das Ticken der Uhr soll mein Zeitzeuge sein. Der Zeitzeuge Zeitzeuge meiner baldigen Rückkehr. Bin wieder da. Puh. Außer Atem. Hey, im ganzen Haus kein Kugelschreiber. Oh, also es ist furchtbar. Ich werd mir jetzt mal, ja, wirklich, ohne Witz, ich kauf mir jetzt mal ein hunderter Pack Kugelschreiber und werd in jede Schublade in diesem Haus fünf legen oder sowas. Überall. Überall. Überall bei den Gabeln. In jedem Fach sind drei, vier, fünf Kugelschreiber ab jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf die ewige Stiftsuche. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte eine Akte mit Zahlennotizen. Die werde ich jetzt auch mal notieren, vorsichtshalber, weil die wahrscheinlich wichtig sind. Ich wollte gerade sagen, weil die wahrscheinlich lustig sind. Oh Gott. Also 999, 929, 939, 959, 999. Lass mich raten, und der Code, den ich brauche, ist 92359 und jetzt kommt gleich irgendein Text, der auf die Zeilen, man muss zwischen den Zeilen lesen oder irgendwie sowas hinweist. Hallo? Aha. Oh nein, da kommen noch mehr Zahlen. Oh Gott. Stunde 90, Minute 81. Stunde 90, Minute 81. Hey, Sitz und Hatt, Dankeschön, freut mich. Okay, jetzt wartet mal, sollen wir das umrechnen oder sowas? Sollen wir das irgendwie umrechnen? 90 Stunden. Alexa? 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 Alexa ist kaputt. Alexa reagiert nicht mehr. Alexa, kein Strom mehr. Alexa, erwache. Ich glaube, meine Alexa ist kaputt. Dann brauche ich einen Taschenrechner. Also, 90 geteilt durch 24. Dann haben wir 3,73 Tage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann bleiben irgendwie 21 Minuten übrig, aber es kommt noch eine Stunde dazu. Ich verstehe es nicht. Gibt es irgendwas, das mit 21 aufhört? Alexia? Ich hätte gerne Alexia Ashford gefragt. Die kennt sich da aus wahrscheinlich. Okay, ich, ich, ich lasse das Dokument jetzt einfach mal Dokument sein, weil ich kann gerade mit den Zahlen noch nichts anfangen. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Hinweis. Ah, hier ist zum Beispiel eine Uhr und ich kann die Zeiger drehen. Okay. Hallo, Akiva. Also, jetzt pass auf, Minute, wie, wie mache ich denn überhaupt die Minutenzeiger? Stunde 90. Soll ich mal? Nee, das macht auch keinen Sinn. 90 Minuten ist theoretisch das hier. Und was war die Minute? Ich glaube, 21 eigentlich. Nee. Hallöchen. Verschiedene Wörterbücher. Gibt es hier noch irgendeinen Hinweis? der uns noch irgendwie was sagt dazu? Ich muss auf jeden Fall höchstwahrscheinlich die Uhr auf irgendeine Zeit stellen. Die Frage ist jetzt nur, aha! Eine Art Knopf! Okay. Ich habe irgendwas gemacht. Da leuchtet ein Lichtchen. ein brandneuer PC. Oh, warte mal. Ich glaube, da leuchtet jetzt was. Geisterzeiger! Hä? Hä? Jetzt habe ich hier leuchtende Zeiger, die ich vorstellen kann. Der brandneue PC. Nice. Kann ich das wieder ausmachen? Das heißt, ich kann die richtigen Zeiger gar nicht irgendwie drehen. Okay, ich muss mir die Notiz nochmal anschauen. Das ist mir gerade ein Rätsel, was mir das sagen will. Hier sind ganz viele Zahlen. Gibt es da irgendein System? Ganz oben und ganz unten wiederholt sich immer die gleiche Zahl. Aber sind die anderen Zahlen irgendwie abhängig davon? 929 280 308 Hm. Oh, wir haben hier eine Abweichung. Überall ist nämlich das dritte in der Mitte auch nochmal der gleiche Zahlenkopi ganz oben und ganz unten. Nur beim ersten haben wir 939 und dann steht da hinten Stunde 90 Minute 81. Verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich überhaupt nicht, was die jetzt von mir wollen. eine ziemlich kleine Jacke. Kobolde. Gebt mir euer Gold. Wo ist es ist? Hm. Ne, ich verstehe überhaupt nicht, was das Spiel gerade von mir will, leider. Wartet mal. Oben, oben geht die Reihe auf 999 plus 000 ist gleich 888 plus 111. Warte mal. Die oberste Reihe, wenn man die ersten beiden addiert, funktioniert das in den anderen auch. Wenn man das addiert, dann kommt dabei irgendwie 9 1 12 9 1 12 raus. Also 1219 wenn ich das in der Zeile machen würde, nee, dann kommt irgendwas mit 500 oder so 400 irgendwas raus. Das, das ist es, das ist es wahrscheinlich auch nicht. 90 Stunde 90 81 Versuch 42, das ist eine gute Idee. Aber ich kann da nicht mal eine Zahl eingeben, ich kann da nur eine Uhr stellen, das macht ja alles noch weniger Sinn hier. 90 81 90 90 Okay, wisst ihr was, vielleicht ist das optional, ich gehe woanders hin. Wir haben noch genug andere Bereiche, die wir uns anschauen können. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen Hinweis, irgendeinen Code oder sowas. Wir sterben hier an unserer Vergiftung, wenn ich mich da noch länger umschaue. Vielleicht die Zahlen, die sich wiederholen, anschauen. Eine großartige Zahl kommt da raus. Ich schaue mich weiter um. Wir haben noch ein ganzes obere Stockwerke, in dem ich noch nicht war. Gucken wir mal. 90 81 Ich verstehe das überhaupt nicht. Ah, Gegner. Achso. Okay. Ich habe ihn aus der Luft geboxt. Eine bronze Statue. Aha, mit Schnurrbart. Und so schließt sich der Kreis. Gerade haben wir noch über Schnurrbäte geredet. Schnurrbäte. Zufall. Ich glaube wohl eher nicht. Das Spiel hört uns ab. Das ist eins von diesen frühen KI-Spielen. Ich habe schon viel drüber gehört. So wie Mario 64. Die verändern sich, je nachdem, was man gerade möchte. Die analysieren deine Spielgewohnheiten und was du redest und alles mögliche und verändern sich, werden umgeschrieben, so dass du maximalen Spaß damit hast. Und weil ich gerade über Schnurrbäte geredet habe, bam, kriegen wir Schnurrbart-Referenzen im Spiel. Man kennt's. Ich beziehe mich da auf ein uraltes Creepypasta, falls ihr jetzt verwirrt seid. Es gibt so ein altes Creepypasta, das Mario 64 ein Spiel war, das mit früher KI rum experimentiert ist und alle fanden das so toll und so lustig, weil in Wirklichkeit jeder eine ganz individuelle Spielerfahrung hatte und bei jedem war das Spiel ein bisschen anders, nur bei manchen da ist die KI ein bisschen durchgedreht und dann war das Spiel plötzlich seltsam. Das ist so eine uralte Creepypasta-Geschichte. Da spiele ich gerade drauf an. Das ist sehr nischig, das verstehen wahrscheinlich die wenigsten. Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich da noch was dazu, damit ihr nicht glaubt, ich bin jetzt vollkommen durchgedreht. Ich bin nur genauso durchgedreht wie immer. Aha! Teil einer Notiz 284. 284. Ich kann mit der Zahl auch nix anfangen. 111-123-111-561-111-888-8-8-7-9. Ich verstehe kein Wort. Noch dazu steht das anscheinend auf einer Zeitung, oder? In einer Zeitung? Ich weiß überhaupt nicht. Warum steht das in einer Zeitung auch noch? Hallo, Thomas! Das Rätsel ist echt nicht leicht. Wahrscheinlich, sowas hatten wir schon mal im Nest, ne? Wahrscheinlich ist das Rätsel zur Lösung, dass ich einfach fünfmal mit meiner Schulter gegen die Tür ramme. Okay. Eingangshalle, sind wir jetzt wieder in der Eingangshalle? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Oh, der Türgriff ist kaputt. Ah, na wunderbar. Wie bin ich denn da jetzt gleich nochmal hingekommen? Hey, jetzt ist aber der Professor gar nicht dabei. Ich hätte jetzt gedacht, der Arzt ist doch sicher dabei, wenn ich das Kapitel nehme, den muss ich nicht nehmen. Aber jetzt ist der gar nicht dabei. Schade. Okay, wir sind wieder im Speicherraum. Jetzt pass auf, es hat geheißen, hier brauche ich irgendwie einen Code für den Aufzug, oder? Wo gebe ich den Code ein? Der Knopf zeigt keine Wirkung. Nein, geh nicht da rein. Alexa, funktionierst du jetzt mittlerweile wieder? Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Ja, alles wieder ganz normal. Alexa ist so nutzlos wie eh und je. Dankeschön. Ich speichere nochmal unseren tollen Fortschritt, den wir bisher gemacht haben. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gespeichert habe. Ich bin seit eine Viertelstunde im Kreis gelaufen. Aber gut, nein, wir sind nicht sinnlos im Kreis gelaufen. Wir haben gescoutet. Hi, Arthur. Ja, ich versuche die Nachricht immer so gut wie es möglich zu verbreiten, wie es geht zu verbreiten, aber es kriegen viele nicht mit. Also, die sicherste Methode ist wirklich, dafür ist mein Discord-Server wenigstens wirklich gut, dass ihr da beitretet, weil ich mache immer, wenn ich einen Stream starte, einen At Everyone für alle. Da kriegt man es definitiv mit. Dafür lohnt es sich. Auch wenn ich selber ansonsten da leider nicht sehr aktiv bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich wieder hier im Uhrenraum. Ich werde jetzt wirklich mal versuchen, dass ich die Uhr einfach kicke. Ich kicke die Uhr einfach mal so hart ich kann. Dann schauen wir mal. immer mitten in die Fresse rein. Okay, Uhr, du hast es nicht anders gewollt. Du glaubst wohl, du kannst mich mit deinen Zahlen verarschen hier. Schade, die Uhr reagiert leider nicht. Guck mal, jetzt haben sich die Zeiger auch wieder resettet. Aber ich drehe trotzdem nur noch die leuchtenden Zeiger. Okay, wartet mal. Muss ich einfach ein Negativ Abbild, ein Gegensatz Yin-Yang und so. Bitte schön. Ich verstehe es nicht. Ich habe hier 284. Stunde 90, Minute 81. Was redest du da? Was redest du da? Okay, lass uns mal logisch drüber nachdenken. 24, 48. Äh, ja, genau. 24, 48, 60, 52. 52. Dann sind noch 38 übrig. Dann komme ich auf 14. Aber warte mal, das bringt mir jetzt gerade nicht viel. Dann komme ich auf 2. Sagen wir auf 2. Aber dann, wenn ich die 8, macht alles keinen Sinn. Ich glaube, ich mache da einen totalen Blödsinn. Ich glaube, das ist ein totaler Quatsch. Aber ich mache mal. 14 Uhr 21. Wobei, so genau geht es nicht. Und wenn da nichts passiert, versuche ich dann mal 15 Uhr. Ja, nee, okay, ich habe keine Ahnung. 90 81. Und dann finde ich hier noch eine Notiz, auf der 284 steht. Punkt, 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 284. Guckt euch den Zettel an, wie voll gekritzelt der ist. Und da steht nur 284. Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Ich verstehe. Wo ist denn der Zusammenhang da? 90 81. Und hier so viele Zahlen. Ich bin verwirrt. Ach. Kranke Unterstrich Nonne ist jetzt ein Bird Hider. Unterstrich Nonne, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Das ist wirklich sehr nett von dir. Dankeschön. Endlich erwische ich dich mal live. Verfolge dich schon lange auf YouTube. Schön dich endlich mal live zu sehen. Ja, cool. Freut mich, dass du dabei bist. Warte mal. Wo kommt bitte dieser Cheetah Zombie her? Hat sich die im Türrahmen versteckt oder so? Wie kann das sein, dass ich durch die durch wisst ihr, dass die direkt hinter wir spawnt? Ich war da gerade allein in dem Raum. Das ist die du hast schon zu viel Zeit mit dem Rätsel verbracht. Ich fall dir jetzt in den Rücken Sekretärin gewesen. Okay, ich gehe mal ins oberste Porträt eines Denkers und eine Pistole. Naja, gut. Pistole ist doch schon mal gut. Ich finde, man merkt, dass wir in den USA sind, wenn an jedem Schreibtisch in der Universität eine Pistole ist. Warum bin ich denn so kaputt? Schauen wir mal auf die beiden Podeste da oben. Oh, was war das? Black? Alles gut? Okay. Ich habe mir gerade die Lösung für die Uhr angeguckt. Verstehe die Lösung aber nicht. Okay. Ich will mich noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich es noch irgendwie. Keine Ahnung. vielleicht finden wir noch irgendwo einen Hinweis und dann macht Sinn. Versteht ihr? Halt! Was war das? Ich habe ein Eisendrohr. Okay. Das ging so schnell. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich höre Zombieschritte. wollen mich die beiden NPCs eigentlich verarschen. Ich dachte mir noch so Polizei NPC geht eh vor. Cool. Dann muss ich mich da jetzt nicht drum kümmern. Und dann bleibt er plötzlich stehen und wirft mich dem Zumbi dem Fraß vor. Ich spiele das über am PC. nicht auf der Playstation. Hi Sonntag Magenruhe. Was geht? Eligantes Schachbrett. Oh guck mal ganz viele alte Waffen. Jagdgewehre. Ich mag ja so Frontloader Pistolen irgendwie. So alte Musketen oder so Plunder Buchsen oder wie die heißen. Ihr wisst schon was ich meine. Finde ich ja irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht warum. Dass der Boden so quietscht beim Laufen macht mich irgendwie fertig. Der Sound Effekt. Spiel mal die Mondschein Sonate. Ich hab gehört, dass es meistens eine gute Idee in Resident Evil ist. Wo ist Rebecca, wenn man sie braucht? Okay, wie komm ich an den Edelstein? Wartet, lasst mich raten. Nee, okay, schade. Hätte sein können. Ich versuch's wirklich nochmal. Wartet mal. Nee, okay. In dem Fall wirklich nicht. Der weiß, was, was, was? Der weiße Träger des Lichts. Muss ich irgendwie Licht anmachen oder so? Okay, ich hab doch vorher in diesem Raum mit der Uhr irgend so einen komischen Knopf gedrückt. Vielleicht hat der jetzt die eine Lampe hier angemacht und wenn ich noch den anderen Knopf finde, dann leuchten hier beide Lampen und ich kriege den Stein. Oder ich such irgendwie eine lange Stange oder einen Besen oder jemand von den anderen MFCs hilft mir kurz hoch oder so. Weil das scheinbar noch glaube ich zu viel verlangt. Naja. Moment, von da sind wir gekommen, ne? Ich sollte vielleicht auch wieder eine Waffe ausrüsten. Die steht immer so da, als wäre die voll verwundet, aber eigentlich geht's uns gut. Ich weiß überhaupt nicht, was mit der los ist. Guckt euch, die haben vielleicht muss sie aufs Klo oder irgendwas. Weiß es nicht. Irgendwer geht da? Zombie oder MFC, der sich wieder rein teleportiert hat. MFC. Der Handwerker mit dem Taschenmesser. Blinddarm. Oh, 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 ja, hast recht. Sieht so aus, ne? Äh, nicht zu spaßen. Aha, jetzt nehmen wir der Statue mal die Brille weg. Das ist schon mal, warum hat die Statue überhaupt eine richtige Brille? Das ist eh lächerlich. Der braucht keine mehr. Sieht sehr alt aus. Moment, sieht jetzt die Statue sehr alt aus oder das sieht der abgebildete Dekan sehr alt aus? Er, tatsächlich. Er sieht sehr alt aus, okay. Hier hat kürzlich noch jemand Tee getrunken. Hier haben wir noch eine Pistole. Braucht noch jemand eine Pistole? Nimmt mal die jemand vielleicht, oder? Hier ist eine Uhr. Sie tickt nicht mehr. Wie spät ist es auf der Uhr? Kann man ich habe gesagt und irgendeinem Pizzer gesagt nein. Ihr seid ja echt toll. Für was gibt es eigentlich so ein System? Ich frage es mich wirklich. Für was kann man im Spiel irgendwie so ein bisschen kontrollieren? Hey, ist das geil wenn die nicht machen was sie wollen? Das macht eh keinen Sinn. Over there? No. Help me? No. Wow. Toll. Toller Begleiter. Dankeschön. Oh. Voll die eigene Animation fürs unteren Tisch kriechen. Das ist schon cool. Das schreit doch fast nach einem Stalker Gegner hier, oder? Hat jemand ein Feuerzeug? Jetzt bitte eine Eingebung. Ziehen sie an der Schnur. Ja. An welcher Schnur? Es ist immer der rote und dann explodiert der Kamin. Es ist wirklich irgendwas explodiert, oder? Ich kann nicht nochmal ziehen. Okay. Guckt mal. Porträt des ersten Dekans mit herrlichem Schnurrbart. Porträt des zweiten Dekans mit bebrillten Augen. Dritte Dekanin wirkt sehr liberal. Was bedeutet das? Alt. Also, das schreibe ich mir auf. Ich glaube, das ist wichtig. Eins Schnurr zwei Brille. Nein. Liberal, wobei das ist wahrscheinlich nicht wichtig und alt auch nicht. Aber wahrscheinlich muss ich der Statue vom zweiten Dekan die Brille bringen, die ich gerade vom vierten genommen habe. Was ist das denn? Könnt ihr den nicht umbringen oder was? Herr Polizist, kann man vielleicht nicht die Studentin irgendwie hier gegen die Zombies kämpfen lassen, wenn man selber eine Ausbildung gemacht hat? Also, jetzt nicht explizit gegen Zombies, aber du weißt genau, was ich meine. Okay, ist er tot? Ich bin mir nicht sicher. Ich röste die Waffe aus. Okay, der Schreibtisch wurde anscheinend durchwühlt. Rock and roll, okay, wie du meinst. Ah, ich wollte das gar nicht. Nein, geh wieder raus. Ja, das finde ich eigentlich cool, dass es so ein verstecktes System gibt, dass die sich unterschiedlich gern mögen und so weiter. Aber es führt halt schon einfach nur zu sehr lustigen Effekten. Okay, ist hier gerade irgendwas kaputt gegangen, explodiert? Ich kann aber trotzdem nicht reingehen. Habe ich mir jetzt hier irgendwie einen Weg verbarrikadiert oder was ist los? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich gehe einfach wieder raus. Gehen wir einfach wieder in den Saloon. Wir haben glaube ich auch noch keine Karte, ne? Oh, Kevin ist auch auf Vorsicht. Bitte Kevin, nimm das. Hä? Wo hast du das her? Wart denn der das Kraut her? Gib mir mal deine Antivirus Tablette bitte. Die pfeife ich mir nämlich gleich rein. Hilft das, wenn ich zwei nehme? Verdoppelt sich der Effekt dann? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal lieber nur eine. Okay, also das ist der sehr alte vierte Dekan. Der hat keinen Schnauzer und keine Brille. Gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt die Brille hier. Hey Mad Max. Kein Schnauzer, keine Brille. Okay. Was? Diese Cheater Zombies die immer hinter einem Spawn. Was soll das? Bin kein Fan davon. Das ist der Zweite. Der braucht jetzt die Brille, oder? Aha. So nämlich. Test Korridor A. Wir sind jetzt im geheimen Untergrund Bereich der Uni. Oh, liegt da etwa ein Granatenwerfer? Ein geheimer Untergrund Granatenwerfer mit Sprenggeschossen? Nice. Nice. Mag ich. Hä? Gibt's einen Unterschied zwischen den Magazinen und der Munition? Vielleicht muss ich die Magazine nicht einzeln reinladen. Äh, ja, genau. Wie, ne, kann schon sein. Naja, keine Ahnung. Polizist rennt schon mal vor, ist gut. Nein, bleib unten. Ich brauch dich da vielleicht gleich. Da sind bestimmt Monster oder so. Hm, ich kann hier irgendwie Blitzdings pumpsen. Da Monster reinladen ist wahrscheinlich eine, äh, locken. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. In die Ladung locken. Okay. Wenn du das Szenario beim ersten Mal schaffst, fresse ich einen Wesen. Oh Gott, na super, du machst mir ja hier Mut. Na wunderbar. Hab drei Anläufe gebraucht trotz Lösungsbuch. Na wunderbar. Das klingt ja ganz vortrefflich. Ach Gott, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr. Hier, guck mal, ne? Überall leuchtet nur eine Lampe. Ich muss irgendwie die anderen Lampen zum Leuchten bringen. ich glaube, ich glaube, uns geht's gar nicht mehr gut gerade. Uiuiui, wir bluten auch noch. Oh nein, wie stillt man denn Blut in dem Spiel gleich nochmal? Oh shit. Da haben wir jetzt eventuell ein Problem. Hilft das gegen Blut zufällig? Nee, shit. Oh nein. Shit, ich weiß leider echt nicht mehr, wie man Blut heilt in dem Spiel. Hatten wir noch nie das Problem, glaube ich. Das war jetzt der unnötigste Zombie bis ever. Oh, guck mal, ich glaube es hat aufgehört. Ach, na dann, alles gut. Ah, guck mal, der ist ja mit dem prächtigen Schnurrbart. Aber ich habe jetzt leider kein Schnurrbart im Inventar. Sonst hätte ich mir den schon lange selber angeklebt. Okay, ich dachte, das Blut wird ein größeres Problem, aber ist zum Glück nur ein sehr kurzzeitiges Problem. Ja gut, ähm, wir hätten noch ein Uhrenrätsel zu lösen. Ich hätte gern mal eine Karte von dem Laden hier, das wäre schon mal ziemlich cool, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Halt, da war eine Tür. Moment mal, kann ich da einmal rumlaufen? Ist das dieselbe Tür? Ja, ja, natürlich, ne? Da waren wir eh schon drin. Ja, ich gehe trotzdem nochmal rein, keine Ahnung. Das hier sieht auf jeden Fall auch wie eine Tür aus, oder? Irgendwie sieht das auf jeden Fall komisch aus. Jetzt wartet mal, war da der Edelstein drin, oder? Ich glaube, da haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Aber in dem Edelsteinaum sieht es auch so aus, als wäre nochmal eine geheime Tür. Genau, die Kunstgalerie. Muss ich vielleicht? Ich habe es nicht versucht. Ich habe mich nicht hingetraut. Ich dachte, das sind nur Fallen. Aber meint ihr, ich muss vielleicht die Kabel, die runterhängen, an zwei Stellen habe ich die jetzt schon gesehen, irgendwie wieder zusammenkleben und dann den Schalter drücken, damit ich irgendwie Strom weiterleite, oder irgendwie sowas? Das könnte sein. Was ist das mit diesem Uhrenrätsel? 90, 81. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich gucke da jetzt dann auch gleich in einem Guide nach, was die Lösung ist. Aber ich würde wirklich gern draufkommen, warum die Lösung so ist, wie sie ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, das sieht definitiv auch wie eine Tür aus. Achso, das ist eine Tür. Da waren wir auch schon drin. Na gut. Hallo, war nicht gerade der Arm der Statue herunter? Wirklich? Das schaue ich gleich nochmal. Das wäre ja lustig, wenn ich es einfach nur... Ich hätte es nicht, wenn ich es nur nicht drauf geachtet hätte. Durch das Ziehen am Kamin. Ah. Okay, na gut. Dann haben wir immerhin schon mal den ersten Stein. Dann vergesst das mit den Lichtern. Aber dann frage ich mich, warum steht da so ein Hinweis von wegen, ja, wenn das Licht den Arm erhält, dann bekommst du super Geld. Warum steht das dann da? Verstehe ich nicht. Ich habe mir die Lösung mehrmals durchgelesen und check es trotzdem nicht. Jetzt macht er mich echt neugierig. Ich glaube, ich muss mir jetzt dann die Lösung für die Uhr anschauen. Ein Tastenfeld ist wohl sehr wichtig für das Uhrenrätsel. Ja, aber welches Tastenfeld denn? Ich habe schon eine Million Codes. Ah ja, tatsächlich. Der Arm ist unten. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem blauen Juwel, aber gut. Okay, wir haben ein Juwel von zwei. Was war es gleich nochmal? Ich habe noch den Tigerwitz gemacht. Aber in dem Fall war es ein Hirsch. Irgendwo muss eine Hirschstatue oder sowas sein. Ich hoffe, kein echter Hirsch, dem ich dann die beiden Juwelen in die Augen pflanze noch. Aber da fehlt auf jeden Fall noch der andere Juwel. Ich gehe nochmal über den Dingsi da. In der Notiz für die Uhr stand 90.81. Ja, genau. 90.81 Uhr steht in der Notiz. Hallo, Texina. Hey, warte mal. Kann ich mit der Leiter vielleicht sogar noch höher klettern? Nee, höher geht nicht. Es geht nur runter. Schade. Aber ich versuche jetzt mal auf die Gefahr hin, dass wir einfach sterben. Nee, ich komme ja nicht mal an die Kabel ran. Das geht gar nicht. Kabel ist gebrochen und versprüft Funken. Also die zusammenkleben geht wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich... Wahrscheinlich kommt hier noch wirklich so ein super krasser Stalker. Wahrscheinlich muss der Tyrant hier irgendwie in der ganzen Villa bekämpft werden oder was weiß ich. Und hier kann ich den dann hier gar nicht in den Fallen locken und wegbrützeln oder so. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Okay. Geheimtür. Und hier ist der andere Stromkasten. Was war hier drin? Ich bräuchte wirklich mal eine Map, ey. Ohne Orientierungssinn ist das sonst noch schwerer. Dadadadam. Ach ja, jetzt sind wir wieder in der Halle. Jetzt passt auf, jetzt gehe ich nochmal zum Uhrenrätsel. Halt! War ich schon in der Tür? War ich schon in den beiden Türen? Muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Es gibt eine Map. Ja, aber ich habe sie noch nicht gefunden, oder? Bin ich doof. Kann auch sein. Will ich gar nicht... Will ich gar nicht bezweifeln. Ah doch, ich habe die Map schon. Haha. Ja, okay, gut. Oh, oh. Ich habe Zombies, oder? Ja, hey, ich habe zur Zeit leider auch Internetprobleme ein bisschen. Nervig. Aber nicht so schlimm. War schon mal schlimmer, tatsächlich. Okay. Ich schaue mir jetzt tatsächlich an, was die Lösung ist. Und versuche zu verstehen, warum die so ist, wie sie ist. Was muss ich hier machen? Jetzt passt mal auf. Was suche ich denn? Resident Evil Outbreak? Wie heißt das Kapitel im Englischen? Gleich nochmal. Irgendwie so Escape, Escape oder so. Ich weiß es nicht mehr. Decisions, 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 Clock Puzzle. Ja, okay. Das ist witzigerweise gleich das Erste, was mir Autocomplete anzeigt. How do I solve the Clock Puzzle? Um, it's a quite clever puzzle. The connecting numbers of the same kind from the number, if you draw a line, to connect them. Wartet mal, 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 wartet mal. wartet mal Leute ich glaube ich weiß es oh mein Gott ich war komplett falsch gewickelt das ist eigentlich wirklich ein cooles Rätsel weil die Zahlenkombinationen hier sind in Wirklichkeit quasi Bilder wenn ich das richtig verstanden habe wenn wir quasi nur die Neunen uns anschauen und das alles andere was keine Neun ist ignorieren dann entsteht da ein viereckiger Rahmen und jetzt schauen wir uns hier mal nur die Nullen an nur die Nullen dann erkennt man schon was man sieht es jetzt sehe ich es richtig da ist eine 3 mit Nullen gezeichnet ignoriert die anderen Zahlen hier haben wir eine 2 aus 8 jetzt lacht es mich direkt an und hier haben wir eine 5 aus Einsen dann haben wir nämlich 0,3,2,5 na alles klar alles klar ist eigentlich ein cooles Rätsel aber was soll mir dann Stunde 90, Minute 81 erklären das verstehe ich ja wieder überhaupt nicht jetzt mit 90,81 hat das gar nichts zu tun aber okay das ist interessant also dann machen wir jetzt mal 3 ich war ich war witzigerweise so nah dran weil ich ja durch meine komplett falsche Theorie auf 15.20 Uhr gekommen wäre ne guck guck tatsächlich okay cool dann haben wir jetzt auch noch den roten Stein na nice ja aber da wäre ich jetzt nie drauf gekommen da wäre ich nie drauf gekommen bitte nochmal für doofe warte pass auf ich zeig es dir nochmal das ist eigentlich ganz einfach jetzt jetzt guck mal schau dir mal hier diese Zahlenkombination an und vergiss dass das Zahlen sind ne stell dir vor jemand hat in in Chat so ne Grafik äh gepostet und schau dir nur die Nullen an und stell dir vor die die anderen Zahlen sind Leerraum es gibt nur Nullen sonst nix dann steht da einfach nur ne 3 verstehst du dann ist da einfach nur ne Reihe eins runter zwei runter besser gesagt noch ne Reihe zwei runter noch ne Reihe drei einfach nur ne digitale 3 das ist alles jetzt hat's grad gehangen es ist ein Bilderrätsel es ist kein Zahlenrätsel es ist ein Bilderrätsel wenn man hier sich alle achten anguckt dann ist das einfach nur ne 2 so digital wenn man sich hier alle Einsen anguckt dann ist es einfach nur ne 5 digital das ist alles das ist alles ok cool dann haben wir das first try von ganz allein drauf gekommen äh aber wir haben noch keinen Hirsch gefunden wo wir das irgendwie einsetzen könnten ehrlich gesagt ne wir haben noch keinen Hirschen hier ist auf jeden Fall ein geheimer Raum anscheinend der Testkorridor der Test Test Korridor B und wahrscheinlich kommen wir über den Test Testkorridor warum kann ich das nicht sagen Testkorridor B kommen wir wahrscheinlich dann noch ins geheime dritte Stockwerk oh es gibt aber auch noch geheime Untergeschosse ja keine Ahnung aber ich gehe jetzt mal nach oben und gucke mal ob da irgendwie was ist wo wir weiter können wo war denn gleich nochmal der Safe Room jetzt könnten wir vielleicht speichern ne 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 jetzt gucken wir uns erstmal um oh oh holy shit hehehe mein PC begleiter ist schon lustig einfach ist schon einfach lustig das ist Outbreak und das wir gerade spielen das erste Outbreak ist auch für mich das erste Mal ich spiele das tatsächlich komplett blind ich weiß viel über die Story und die Lore das Spielt aber ich weiß oder wusste also ich wusste schon theoretisch was das für ein Spiel ist aber ne ihr wisst schon ich habe es nie selber gespielt und so weiter oder mir mal einen kompletten Playthrough von vorn bis hinten angeguckt oder so meine Stirn ist jetzt rot ja glaube ich dir vom Faceparmen wenn man es weiß ne das ist so oft so wenn man es dann weiß ist es eigentlich so simpel dass es schon fast dumm ist oh guck mal das ist ihr Special Move das wusste ich nicht ich kann mich ganz stark erschrecken und mich umdrehen aber eigentlich wollte ich nachladen ich weiß nicht wie ich das mache vermutlich muss ich das macht ja auch tatsächlich ein bisschen Sinn muss ich fairerweise sagen okay vielleicht gehen wir erstmal woanders hin weil ich glaube mein NPC begleiter ist nutzlos tatsächlich muss ich erst die Objekte aus meinem Rucksack rausholen in mein Inventar damit ich es benutzen kann was ja wie gesagt tatsächlich Sinn macht da kann man dem Spiel nicht mehr böse sein aha ach so aber jetzt wartet mal damit ich quasi schneller nachladen kann könnte ich jetzt hier Munition in den Pistolenclip schieben und dann muss ich nicht jede Kugel ein einzeln machen ne so ist das quasi gedacht okay 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 naja mein Gott erster Hilfespray na das packen wir ein hey wisst ihr was stimmt eigentlich ich muss mal schnell speichern also ich will schon die ganze Zeit speichern aber ich spiele ja hier im Emulator warte mal schnell ich speichere einfach hier mal ha 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 Status speichern jawoll Vorsichtshalber noch mehr Pistolen aber die sieht irgendwie anders aus oder ne ist schon die gleiche dass der Boden hier so quietscht bei jedem Schritt das macht mich fertig aber schön dass sie mindestens zwei wenn nicht sogar drei unterschiedliche Quietschtöne aufgenommen haben müsste ich noch mal genau hören wie viele es genau sind können wir das Tor hier öffnen vielleicht ne sieht nicht so aus außer Betrieb draußen wird es immer heller okay ich weiß ob ich mich gerade bei einem Zombie entschuldigt habe ich könnte mich nicht erinnern habe ich das ich glaube nicht ne warte mal hier war okay okay ich muss noch mal ich muss noch mal alles durchgehen systematisch weil ich nicht mehr weiß was wo war und ob ich vielleicht irgendwo ne Hirschstatue übersehen habe oder vielleicht ein Hirschgemälde oder wisst ihr so ne Einkerbung irgendwo ich muss mich mal genau umgucken irgendwas mit Hirsch ich tippe aufs obere Stockwerk nein ich will raus danke ich frage mich ob der Hausmeister schon tot ist ne da ist er hallo komm doch mal bleiben wir doch mal zusammen oder wie kann ich gleich noch mal Befehle geben hä ich dachte mit dem Steuerkreuz ah ja jetzt kommt mal alle zu mir bleiben wir mal zusammen zu dritt könnten wir so viel krasser sein versteht ihr das denn nicht achso der MPC das kann schon sagen okay jetzt gucke ich mich hier nochmal sehr gut um haltet mal ausschauen mit mir nach nem Hirschen bist du ein Hirsch ist hier irgendwo ein Hirsch eine Flasche wie viel die wohl wert ist gucken wir mal da rein hier ist doch bestimmt irgendwas es sind auf jeden Fall mindestens drei Quietschgeräusche die die da extra eingebaut haben dafür die ganze Zeit wunderschön ok wäre auch komisch wenn die Lösung im gleichen Raum wäre wie der wie der der Kristallmann oder wäre auch komisch wäre auch wirklich seltsam insofern warum habe ich da eigentlich ausgerechnet den Zaun für 4 aber bald passt's wir haben jetzt nach Outbreak Outbreak 2 noch im Programm und dann kommt Resident Evil 4 ich freue mich schon sehr drauf ich bin sehr gespannt ich habe wie gesagt seit dem Release vom Remake habe ich das Original nicht mehr gespielt und ich bin sehr gespannt ob ich es immer noch so genial finde wie es ist oder vielleicht durch das Remake nicht mehr das hier sieht doch auch einfach wie eine Tür aus das sieht einfach wie eine Tür aus und dahinter ist auch der Geheimgang aber da jetzt das Seil das rote Seil schon irgendwas bewirkt hat könnte natürlich es sieht sehr alt aus soll ich ihm mal die Augen einsetzen? soll ich ihm einfach mal Kristalle in die Augen quetschen? schade hätte er sein können kann ich ihn vielleicht verschieben? warum findest du Teil 4 am besten? äh weil es einfach mir am meisten Spaß gemacht hat und weil es würde ich sagen zusammen mit dem ersten Teil also Resident Evil 1 und 4 sind beide für die Videospielwelt einfach sehr legendäre Teile gewesen und die bis heute im Grunde ganze Genre massiv beeinflusst haben und beeinflussen also sowohl in der historischen Bedeutung als auch einfach nur vom perfekten Game Design her ja aber wirklich finde ich 1 und 4 schon sehr genial und 4 macht mir eben wirklich sehr viel Spaß oder hat mir bis vor 2 Jahren noch sehr viel Spaß gemacht und wir werden in Kürze herausfinden ob ich es immer noch so genial finde ok ich habe absolut keine Ahnung wo bringe ich die blöden Kristalle hin? mir reicht es jetzt ich will es jetzt einfach wissen ok wartet ich gucke noch in den ne da war ich ne da war ich ja auch schon da ist es nur der Flur ich gucke jetzt einfach nach ich gucke jetzt einfach in den Guide dauert mir zu lange hier Resident Evil Outbreak ähm Decisions Decisions Walkthrough Ach Walkthrough wird wieder voll nervig da muss ich wieder Stunden lesen bis ich die Stelle finde wo wir gerade sind weil die Level auch so offen sind und man Sachen in unterschiedlicher Reihenfolge machen kann ne ok die Uhr haben wir schon gestellt ah warte mal go up to the balcony and find the stuffed moose ach das ist einfach in der Haupthalle ok das ist die Information die ich haben wollte dann machen wir weiter untersuch mal die Treppe im Eingangsbereich ok ja genau schauen wir mal das wollte ich nur wissen weil da hätte ich jetzt ewig gesucht in der Haupthalle hätte ich wahrscheinlich am wenigsten jetzt danach gesucht ehrlich gesagt Teil 4 war der Anfang vom Ende den Take verstehe ich zwar auch aber das ist halt so als würde man sagen Teil 1 war der Anfang vom Ende also da wurde halt was Neues geschaffen und dann halt einfach tot gemolken bis es wirklich einfach scheiße war insofern ja so der Hausmeister hat wirklich der ist eher gerne allein unterwegs ne ich finde das hier wie gesagt wirklich cool das sind das Spiel hat ganz ganz viele so Konzepte die ich auf dem Papier sehr sehr cool finde aber die halt tatsächlich im Spiel vor allem so wie sie dargestellt sind einfach irgendwie ein bisschen wacky sind ja hundertmal sind wir an dem blöden Ding vorbeigelaufen ne so so Danke, danke. Danke, Mr. Skyline, für die Bits. Wir haben es geschafft. Ich werde mal kurz speichern. Hey, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Erstens, ob ich es das erste Mal jetzt noch schaffen kann. Und zweitens, ob es so knapp wird wie im Krankenhaus. Das war schon der epischste Sieg überhaupt im Krankenhaus, oder? Gegen die Egelkönigin. Das war schon sehr cool. Irgendwie mit 96% T-Virus-Infektion über die Ziellinie schleppen. Doch. Er ist tot. Blood, da ist Blut auf dem Schreibtisch. Ich hoffe, das ist nicht Chris' Blut. Ja, Resident Evil, also Capcom, versucht seit jeher, also ohne Scheiß, spätesten Zeit Resident Evil 6, versuchen die immer wieder Resident Evil Multiplayer zu pushen. Und zu pushen und zu pushen. Und immer wieder bringen sie neu Resident Evil Multiplayer und alle sind scheiße. Dabei haben die eigentlich, meiner Meinung nach, mit Outbreak, mit dem Bonus-Modus, mir fällt der Name gerade nicht ein, von den beiden Revelation-Spielen und auch vielleicht so eine Prise vom Mercenary-Modus aus Resident Evil 4. Da haben die schon den perfekten, langzeitmonetarisierbaren Online-Multiplayer. Ja, eigentlich haben die alle Zutaten schon in Resident Evil-Spielen gehabt. Die müssen das nur mal nochmal ernst angreifen, das Thema. Aber stattdessen machen sie dann immer so komische 0815-Bonus-Shooterchen zu ihren Hauptspielen und hoffen, dass das der nächste virale Hit auf Steam wird oder sowas. Genau, Reverse. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das ist so ein Beispiel. So Reverse und Resistance und wie die alle heißen, das sind alles so halbherzige Versuche irgendwie so einen viralen Hit zu schaffen. Aber die hätten schon alle Zutaten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das funktionieren würde, wenn die das richtig angreifen würden. Sodass die Grundidee von Outbreak mit vielen von den Mechaniken aus den Revelations-Multiplayer teilen und dann, dann, bam, ab geht's. Okay, der neue Fahrstuhl-Code, aha. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich den eingeben muss. Das ist das Problem. Aber der Fahrstuhl-Code ist quasi 4. 2-8-4 Und ich lass mal Platz, weil theoretisch könnte es natürlich sein, dass da noch irgendeine Zahl dazwischen fehlt. Wir wissen nicht, ob die 4-stellig ist. Da haben wir auch eine Notiz. Blutbefleckte Notiz. George. Ich bin ein toter Mann. Das stimmt, da hat er recht. Aber wie hat er das dann noch geschrieben? Stell schnell eine Reagenz her und dann hau ab aus Raccoon. Auf der Rückseite steht etwas. Blutbefleckte Notiz. Innen Brutkasten dafür findest du im Labor. Hol dir die drei Hauptzutaten. Tu sie in den Brutkasten. Und Punkt, Punkt, Punkt. Der Rest ist wegen des Blutfleckten nicht zu lösen. Drei Hauptzutaten Brutkasten. Ich hab das Gefühl, das Kapitel ist noch ein bisschen länger. Kann das sein? Anleitung Reagenzienherstellung. Bestandteile des Reagentes. P-Grundstoff. V-Gift. T-Blut. Die Bestandteile werden im Brutkasten des Labors synthetisiert. Ich schreib mir das Vorsicht selber mal schnell auf. Da muss ich das Dokument nicht mehr suchen. P-Grundstoff. V-Gift. Und T-Blut. Okay. Das Gerät mischt die Zutaten automatisch. Es dauert eine Zeit, bis sie richtig vermischt sind. Okay. Das so erstellte Reagenz kann im schnellen Brutkasten vervielfältigt werden. Erstens. P-Grundstoff. Habe 250 Milliliter für Reagenz generiert. Wird da auf... Ne, doch. Wird da Aufbewahrungsschrank im Labor kaputt ist, in einem Behälter im Keller aufbewahrt. Bitte luftdicht vor Verflüchtigung schützen. V-Gift. Herstellung des... Ach so, aus Wespengift als Katalysator. Wird im Labor aufbewahrt. Die Herstellung großer Mengen von V-Gift ist arbeitsaufwendig. Vorsicht beim Umgang damit. Und T-Blut. Blut von einem mit dem T-Virus infizierten Liebewesen. Eine Probe von Greg sollte unterwegs sein. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir den Code für den Aufzug. Aber leider bin ich mir immer noch nicht sicher, warum die beiden da... Oh, guck mal. Kopf-Rechen-Pokal. Den nehmen wir mit. Leider verstehe ich immer noch nicht, warum die beiden da die ganze Zeit im Kreis laufen. Würde die aufhören. Die machen mich wahnsinnig. Zum Glück. Oh Gott, stellt euch vor, hier wäre auch noch der Quietsche-Boden. Oh Gott. Wenn die die ganze Zeit so im Kreis laufen würden und hier wäre Quietsche-Boden drin, dann hätte ich beim Lesen schon lange irgendwie komplett den Verstand verloren. Quitsch, quiitsch, 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 quiitsch. Ich nehme ein großes Virus-Gegenmittel. Das, äh, gibt uns ein bisschen Zeit. Ich speichere ihn doch mal kurz. Outbreak 1 und 2 ist Kanon. Ja, 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 ja. Doch, doch. Da gibt es eigentlich keinen Grund anzunehmen, warum das nicht Kanon sein sollte. Sogar Resident Evil 7 hat ja ein Easter Egg. Wo eben die Reporterin mit Daylight... Ach so, nee. Dass die mit Daylight aus der Stadt flüchtet, wird dann nicht unbedingt, äh... Äh, klar. Aber, dass die aus der Stadt geflüchtet ist, dass die noch lebt und immer noch als Journalistin arbeitet, das geht aus Resident Evil 7 hervor. Also, 7 hat sogar noch mal bestätigt, dass Outbreak Kanon ist. Aber da gab es auch zuvor nicht wirklich einen Grund, das anzuzweifeln. Genau. Die Elisa. Ah, jetzt kann ich einen Code eingeben. Vorher geht das aber gar nicht. Man muss quasi den Code erst finden. Die haben da quasi so einen Sicherheitsmechanismus im Spiel eingebaut, dass man sich den Code nicht einfach irgendwo im Internet sucht oder sowas. Na gut. Finde ich... Leider... Finde ich eigentlich ein bisschen lame. Wäre eigentlich ganz cool, finde ich, wenn das gehen würde. Wenn man einfach das Kapitel... Wenn man den Code einmal gefunden hat, beim nächsten Mal spielen, halt halbieren könnte. Quasi. Aber gut. Nehmen wir den Aufzug. Gehen in die Geheimkellerräume, nehme ich an. Oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Ich glaube, wir müssen ins vierte Untergeschoss. Deswegen gehe ich jetzt mal ins dritte Obergeschoss. Weil ich glaube, da waren wir auch noch nicht, oder? Aber im zweiten Obergeschoss waren wir, glaube ich, eigentlich schon überall. Gucken wir mal. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Ja genau, hier waren wir definitiv noch nicht. Oh. Hier ist ein Loch im Boden. Ihr beide seht auch nicht mehr so fit aus, oder? Dabei hast du zwei Heilsprays. Zwei Heilsprays. Was zur Hölle? Naja, ihr macht das schon unter euch aus, oder? Pistolenmunition. Ja, theoretisch hätte ich die gerne. Verdeckt ihr da irgendwas, das ich vielleicht mitnehmen sollte? Ah, ein rotes Kraut. Kann ich gar nicht mehr mitnehmen, ne? Boah, ich habe so viel Pistolenmunition. Will jemand von euch ein bisschen Pistolen... Hier, nehmt das da. Irgendjemand den Schnelllader. Will den wer? Bitteschön. Achso, der konnte ihn nicht nehmen. Ja, schau, nimm du den einfach. Hast schon. Virus gegen Mittel, Heilmittel groß. Heilt einen großen Teil ihrer Wunden. Dann würde ich das mal ins Hauptinventar mit aufnehmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht das Loch anklicke, dass dann was rausspringt. Lieber nicht näher ran gehen. Ja, hat sie absolut recht. Recht hat sie. Hallo, Spatz. Und hallo, Redi Nima. Was geht? Ja, ich glaube, nach dem, was ich so mitbekommen habe, ist das ja in Outbreak noch mal krasser, ne? Da sind die Kapitel noch viel mehr an Personen gebunden, als das im ersten Teil der Fall ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Eisenstange. Ey, ich habe... Was? Ich habe irgendwo anscheinend meine Pistole abgelegt. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Eins nach dem anderen. Ich nehme jetzt nochmal das Virus gegen Mittel, weil der Timer tickt eh schon wieder. Und dann würde ich gerne rausfinden, wo meine Pistole abgeblieben ist. Verdammt. Aber da vorne müsste die irgendwo liegen. Hallo? Rotes Kraut. Grünes Kraut. Wo ist meine Pistole? Ich habe meine Pistole verloren. Nein. Naja, so wichtig. Ich habe ja noch einen Granatwerfer und einen Baseballschläger. Ist schon in Ordnung. Sag mal, kann ich die beiden nicht irgendwie auf einen? Wirklich nicht? Muss man die... Das ist ja voll nervig. Dann verwende ich das jetzt mal. Dass man die nicht stapeln kann, ist ja echt nervig. Das sind winzige Tabletten. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Vielleicht sind es gigantische Zäpfchen oder so. Das könnte möglich sein. Ich dachte halt, das wären winzige Tabletten. Aber Kevin hat doch seine eigene Pistole. Ah, der hat tatsächlich beide. Du Arsch, ey. Kann ich es haben? Unverschämtheit. Nimm den Knüppel dafür, wenn du willst, oder? So. Kevin hat mir einfach meine Knarre geklaut. Weißt du, da hat der als Special-Fähigkeit eh schon eine Pistole. Dann hat er noch eine Pistole irgendwo aufgesammelt. Und jetzt nimm aber auch noch meine Pistolen. Wie viele Pistolen braucht Kevin? Warum? Warum? Warum hat der 50 Pistolen gehortet? Über 50% seiner Inventarplätze sind mit Pistolen belegt. So. Gehen wir mal weiter. Es ist ruhig. Zu ruhig. I hope it's not Chris's blood. Schön langsam wieder alt. Überall ist Blut verspritzt. Was ist hier passiert? Ja, das ist, das, das, das habe ich mich auch gefragt. Aha. Der Brutkasten. Wenn ich ihn fülle, vermischt er alles. Hier müssen wir also dann die drei Reagenzien zusammentragen. Sendemikrofon der Universität nützt mir nix. Okay. Ah, hier ist ein Schreibtisch. Schublade. Was? Eine Schreibmaschine. Speichern wir mal. Okay, hier kommt dann am Schluss alles zusammen. Ist da was drin? Ne, anscheinend nicht. Ah. Kleine Goldstatue des vierten Dekans. Na ja, dann packen wir die mal ein, ne? Wie fändest du ein Resi-Spiel mit einem Raccoon City offene Stadt? Ja, finde ich sehr, sehr cool. Also das könnte, das könnte auch ganz furchtbar scheiße gehen und in die Hose gehen, ne? So Open World Horror ist immer schwierig. Aber es könnte auch sehr, sehr genial sein. Ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, eigentlich ein Open World oder vielleicht nicht mal unbedingt Open World. Muss es ja gar nicht sein, ne? Finde ich eigentlich. Man könnte das ja vielleicht so ein bisschen semi-offen machen, aber schon irgendwie geleitet. So ein bisschen wie ein Village mit so verschiedenen Strängen, die von irgendeiner Homebase aus so, ne, durch die Stadt laufen. Und dann kommt man halt zu irgendwelchen markanten Gebäuden, die man vielleicht schon kennt oder auch neue Gebäude. Das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Fände ich ziemlich cool. Okay, I guess wir kommen jetzt hier erstmal nicht weiter. Aber jetzt muss ich nochmal kurz zur Tür und gucken, ob da irgendein Text stand von wegen, von der anderen Seite oder Schlüssel oder so. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Die Tür geht nicht auf. Okay, na gut, dann fahren wir mal runter, ein Stockwerk. Doch, doch, das wäre cool. Ich würde es auch einfach, ich würde da ein Spinners oft draus machen und würde den einfach nur Resident Evil. Oder wisst ihr vielleicht, oh, das wäre mutig. Ah, das ist marketingtechnisch vielleicht schwierig, aber ich würde den vielleicht einfach nur Raccoon City nennen. Nicht mal irgendwie Resident Evil Raccoon City. Einfach nur Raccoon City. Aber das gewagt. Guck mal, niemand will den, das, den Pistolenclip haben. Die haben den einfach wieder hier auf den Boden gelegt. Das war ein Geschenk, Kevin. Ein Geschenk an die Familie. Du wirfst ihn einfach weg. Ähm. Erstes Obergeschoss sind wir quasi eingestiegen, ne. Dann fahren wir jetzt mal ins zweite Untergeschoss. Nee, habe ich ehrlich gesagt aktuell nicht vor, dass ich Fallout London spiele. Habe ich jetzt keine Pläne. Zumindest. Ich kann wieder nichts nehmen, aber wir sind eh ein bisschen verwundet. Das heißt, ich nehme mal die Mischung. Nehme das Heilkauf mit. Wir haben jetzt, glaube ich, eh ziemlich viel Heil-Items eigentlich. Oh, guck mal. Professor. Sie sind es also. Ich suche die Zutaten für die Reagenz. Hier. Nimm sie. Das. Ich bin sehr. Was? Warte mal. Heilmittelgroß. Gehwerfer. Sprenggeschoss. Ach so. Das ist das, was ich verstehe. Das habe ich nur gerade verwirrt. Alles gut. Irgendwer hat irgendwas hier wieder abgelegt. Ah, ne. Was habe ich denn jetzt hier noch eigentlich? Ein Virus gegen Mittelgroß. Genau. Passt auf. Dann pfeife ich mir das jetzt nochmal rein. Damit der Timer stehen bleibt. Nehme es von ihm nochmal. Wer sitzt denn dann hier? Beziehungsweise sitzt hier überhaupt jemand, wenn ich ihn nehme? Das würde mich interessieren. Er antwortet nicht. Also scheinbar hat er auch nach den, nach den Zutaten gesucht, aber er es gescheitert. Oh, er, ich war, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur nicht so den, das ist große Interesse dran aktuell. Ich habe davon auch eher keine so guten Dinge gehört und ich habe es ja auch nicht zum Laufen gekriegt am Anfang. Und bin jetzt einfach auch wenig motiviert, dass ich das überhaupt reparieren möchte. So, keine Ahnung. Vielleicht ändert sich da meine Meinung noch, aber aktuell nicht. Oh. 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 Ich glaube, das nächste Fallout-artige Spiel in London, das ich mir anschauen werde, auf jeden Fall ist Atomfall. Das habe ich ja auf der Gamescom kurz angespielt und ich, keine Ahnung, schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Demo, die wir da spielen konnten, war so ein bisschen von wegen so, ja, könnte Potenzial haben, könnte aber auch ziemlich schnell ziemlich lame werden. Das kann ich tatsächlich jetzt schwer sagen. Ey, du hast fünf Pistolen im Inventar. Du kriegst das schon hin. Oh, come on! Nein, ich dachte, du bist tot. Wo ist Kevin, wenn man ihn braucht? Falsche Richtung. Ach Gott. Ah, okay. Er ist tot, Jim. Ja, okay, passt schon. Gehen wir mal weiter. Er erinnert stark an die Kanalisation aus Resident Evil 2, ja, ja, voll. Aber ist halt auch die gleiche Kanalisation. Also nicht unbedingt der gleiche Abschnitt, aber wie unterschiedlich kann so eine Kanalisation schon aussehen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kann die sehr unterschiedlich aussehen. Würde ich nicht so einschätzen. Ich war noch nie in der Kanalisation. Eigentlich crazy, oder? Also eigentlich überhaupt nicht crazy. Aber eigentlich lustig, dass man quasi sein Leben lang direkt über der Kanalisation lebt. Und immer über die Kanalisation geht. Und sie ist immer da. Aber man besucht sie nie. Sein Leben lang nicht. Die wenigsten Leute sind wirklich mal in der Kanalisation. Dabei verbringt man, dabei ist man eine 2 Meter Luftlinie von ihm entfernt. Immer. Sein ganzes Leben lang. Tja. Echt Dieb, ne? Jetzt wird's philosophisch. Was wollen die da unten vor uns verbergen? Welche geheimen Alligator-Zuchten passieren da unten? Wer weiß. Moment mal. Die Kamera verwirrt mich jetzt total. Von, von. Ja, okay. Jetzt stimmt's. Ja. Ganz genau. So deep wie der Ozean ist die Kanalisations Abwesenheit oder so. Let's go. Das ist nur die Spitze des Eisbergs will uns dieses Lied sagen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die, die Un, die Un, Unmöglichkeit des Betretens der Kanalisation. So nah und doch so fern. Sie will das werden? Nimm halt jetzt das. Aha. Jetzt nimm das doch. Was hat denn da für abgelegte Stange? Aber da ist eben noch was im Regal, ne? Was war das? Ich hab's irgendwie... Da war gelber Text. Hä? Ich konnte's nicht so schnell lesen. Ich hab nicht gecheckt, was das war. Heilmittel, Eisenstange, alles mögliche. Was hast denn du da in der Hand jetzt eigentlich gerade? Ach, du hast auch einen Granatenwerfer gefunden. Auch mit Sprengeschossen. Na dann. Ja, dann bomben wir uns durch, ne? Das war die Karte für den Untergrund. Ah ja, danke schon. Das hab ich nicht mitbekommen irgendwie. Moment, falsch. In den großen Teilen unserer Kanalisation kann man nicht mal durchkriechen. und besteht eher aus kleinen Rohren. Also wesentlich unspektakulärer als in anderen Ländern. Aber für was sind dann die großen Gullideckel überall an der Straße? Die sind groß genug, dass da eine Person reinpassen könnte. Da kann man doch wo reingehen. Also ich meine, die großen Runden, nicht die kleinen viereckigen. Wasserwerksverwaltungsbüro. Oh, hier ist Ah, Reagentienbehälter. Den brauche ich anscheinend nochmal separat. Oh, super ey. Was werfen wir denn dafür raus? Ein Erste-Hilfe-Spray vielleicht. Verwenden, kombinieren, Ausrüsten, überreichen. Warum kann ich's denn nicht ablegen? Muss ich so machen. Okay. Ähm. Was war das für, was war das für Geräusche? Äh. Kevin? Was zur Hölle ist mit ihm passiert? Er ist tot? Warum ist er tot? An was ist er denn gestorben? Plötzlich. Einfach so. What happened? Joa, Kevin ist tot. Hat keinen Bock mehr. Kevin ist zurück in der Lobby. Zu viel Virus abbekommen. Naja. Trottel. Hätte er halt nicht 15 Waffen in seinem Inventar gehabt. Hat er nicht vorher sogar so eine Anti... So eine Anti-Virus-Tablette fallen lassen? Ich glaub schon, ne? Ich brauch einen Spezialbehälter. Ja, aber wir haben doch den Spezialbehälter schon benutzt. Leistungsfähige Festplatte. Nehmen wir mit. Ach, wir haben... Ne, warte mal. Lea steht da. P-Grundstoffe in Klammern Lea. Hä? Tja, sie haben Kevin getötet. Im Save-Room ist er auch noch gestorben. Das speichern wir erstmal. Dass Kevin tot ist. P-Grundstoffe in Klammern Lea. Das speichern wir mal. Das speichern wir mal. P-Grundstoffe in Klammern Lea. P-Grundstoffe in Klammern Lea. P-Grundstoffe in Klammern Lea. Aha, okay. Wird der jetzt nicht zum Zombie eigentlich? Sollte der nicht zum Zombie werden? Wenn er hier schon stirbt, so unverschämt. Ich kann ihn nicht mal mehr looten gerade. An der Luft verflüchtigt und unbrauchbar geworden. Ah. Okay. Na ja. Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Dann gehe ich da rein. Rote Markierung. Na gut. Dann gehen wir da nicht rein. Kevin hat es nicht geschafft. Kevin, wir haben noch viel zu tun. Du kannst doch nicht jetzt einfach so sterben. Das ist ja doof irgendwie. Ich frage mich, ob der Hausmeister auch schon tot ist. Der wird ja wahrscheinlich ähnlich viel Virus abbekommen haben. Aber vielleicht hat der ein bisschen mehr... Oder ist er gestorben, weil sich die P-Substanz verflüchtigt hat in die Luft? Und er hat es eingeatmet? Das wäre lustig. Aber warum ist dann Joko nicht tot, ne? Aber lustig wäre es schon. Unterirdischer Tunnel. Das rote Symbol. Ja, ja. Das habe ich mir gedacht. Ich wusste nicht genau, wie ich das deuten soll. Aber es ist mir aufgefallen. Hallo? 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 Hi, viel zu alt für... Ja, heute haben wir mal früher angefangen. Bei morgen gibt es keinen Stream. Deswegen heute mit doppelter Extralänge Deluxe. Das Becken ist sehr schmutzig. Die geben einem hier so viel Heilung und Pistolenmunition. Wie hat es Kevin geschafft, da zu sterben? Ohne Witz. Moment mal, noch ein Granatenwerfer. Ich wollte eigentlich gucken, ob man da an die... an den Schalter kann, aber scheinbar nicht. Der ist so komisch beleuchtet, ne? Der sieht so aus, als wäre der wichtig. Okay, an dem Rohr müssen wir auch nicht drehen. Dann gehen wir da wieder raus, I guess. Keine Ahnung. Was Wasserprobenrätsel? In dem Klo? Was? Oder hier. Wir finden so viel Pistolenmunition. Jetzt warte mal. Warum kann ich die nicht stapeln? Warum wird der Stapel immer größer und größer? Da stimmt doch was nicht, oder? Ach, guck mal. Na also. Und schon haben wir ein Inventarplatz freigemacht. Alles klar. Okay. Im Rucksack ließ sich das nur irgendwie nicht so richtig stapeln. Dann nehme ich mal das grüne Kraut mit, auch wenn ich es wahrscheinlich als erstes gleich wieder rausschmeißen werde, wenn ich was Wichtiges finde. Hey, aber dann bin ich echt froh, dass ich sie jetzt genommen habe, wenn es hier gleich... Ah, 45er brauchen wir gerade gar nicht. Wenn es hier gleich drei Quest-Items gibt, die wir dann gleich gleichzeitig durch die Gegend tragen müssen. Zumindest teilweise wahrscheinlich. Oh oh. Jetzt passiert was. Oh oh. Die Hunter-Gammer. Blatsch. Boah. Frogo. Frogo-Miel, der Schreckliche, ist geschlüpft. Aber ich habe eine Überraschung für ihn. Mit besten Empfehlungen von Barry. Wo ist er denn? Frogo-Miel? Den Schlüssel brauchen wir dann gleich. Wie weit ist denn der gesprungen? Ist er im Wasser? Ich höre ihn quaken, aber ich sehe ihn nicht. Ich hätte jetzt einfach den Schlüssel nehmen und gehen können. Aber ich wollte eigentlich kämpfen. Aber ja, okay, er hat keinen Bock. Dann lassen wir Frogo in Ruhe. Ah, ich habe was platschen gehört. Aha. Nein. Was ist denn das? Ach so, scheiße. Hier gibt es keine Pause, wenn ich ihn zum Nüge. Nein, der war schon nachgeladen, oder was? Ich wollte ihn gerade nachladen. Ich hasse das Spiel. Gerade. Oh mein Gott, war das jetzt Verschwendung hier. Ah, es sind Multi-Frogo. Okay. Ich habe das Rudel geweckt. Ich verstehe. Passt schon, für was ist der Schlüssel? Router Anhänger. Ich verstehe, ich verstehe. Sonst brauchen wir hier gerade nichts, oder? Dann gehe ich wieder. Ist da noch irgendwas? Nee. Dann nix wie weg hier. Macht's gut, ihr Trottel. Wo war jetzt die rote Tür gleich nochmal? Auf den Toiletten glaube ich nicht. Ich kann mir auf den Toiletten einen neuen Granatenwerfer holen. Das ist vielleicht ganz eine gute Idee. Ach, wisst ihr was? Das ist eine gute Idee. Jetzt passt mal auf, ich mache folgendermaßen. Folgendermaßen folgendes. Ich nehme das grüne Kraut. Achso, das ist ein blaues Kraut. Egal, kombiniere es mit dem blauen Kraut. Pfeife mir die Dinge rein, dann bin ich wieder fit. Und habe Platz für den Granatenwerfer. Und der, die rote, die rote Tür, war das hier? Warte, ist das? Ich meine, die ist rot markiert, aber weil sie verschlossen ist. Aber ich glaube schon. Dann gehe ich jetzt mal zurück über den Gang. Wahrscheinlich sind da jetzt neue Gegner oder so. Schauen wir mal. Ja, gut. Jaja, da sind sie schon im Wasser. Hüpfen sie euch an. Überall hüpfen sie raus. Weil einer ausgebrochen ist. Wie schnell pflanzen die sich fort? What the fuck? Wer hat jetzt alle anderen befreit? Vielleicht sind die klüger, als wir denken. Vielleicht muss ich die Intelligenz von den Huntern und kann man nochmal neu bewerten. Vielleicht waren die schon lange da draußen, aber er hat sie nach seinem Ausbruch mit seinem Kriegsquark vereint wieder. Er war der Prinz, der, als die noch normale Frösche waren, war er der Froschkönig. Und er hat jetzt seinen Kriegsquarken gegen die Menschen ausgesprochen und dann sind alle aus ihren Behältern gekommen. Ich glaube schon, dass es so ist. Okay, cool. Können wir hier auch gleich nochmal speichern, oder? Kevin ist weg. Kevin hat sich aufgelöst. Und hat sein Inventar mitgenommen, oder was? Na wunderbar. Ich dachte, hier war eine Schreibmaschine. Schon, oder? Warte mal. Ich glaube, da hinten, ne? Ja. Boah, das ist aber schon ein langes Szenario. Ist das länger, als die anderen schon, oder? Also, gerade beim ersten waren wir, obwohl ich nicht wusste, wo es lang geht, eigentlich ziemlich schnell durch. Hotel hat auch ein bisschen gedauert, aber hauptsächlich, weil ich mich die ganze Zeit verlaufen habe. Aber ich habe das Gefühl, hier kommen wir eigentlich relativ gut voran, und trotzdem. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass auch die Prozentanzeige gefühlt sich nicht so schnell füllt, wie in anderen Szenarien. Kann, kann ich mich täuschen, aber würde passen, dass die die absichtlich ein bisschen langsamer steigen lassen, weil es eben so ein langes Szenario ist. Wasser-Tank-Schloss freigeben. Das Schloss ist nun geöffnet. Ich habe keine Ahnung, von was du da redest, aber okay. Ah, Sprenggeschosse. Ja, passt. Können wir eh gleich reinladen, ne? Ja, in die Pistole laden wir die. So. Ursprünglich wäre ja, ähm, Outbreak als sehr viel größeres und umfangreicheres Spiel geplant gewesen. Äh, das hat dann aber nicht geklappt, und deswegen wurde Outbreak auf drei Teile aufgeteilt. Outbreak 1, 2 und 3. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ne, fehlt der dritte Teil. Der ist nie erschienen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich geplante Szenarien. Vielleicht wurde sogar schon ein bisschen dran gearbeitet, aber das hat nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen, aber das weiß ich nicht. Vielleicht wurde auch gar nicht erst, äh, angefangen, daran zu arbeiten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall muss ich da hin wahrscheinlich, oder? Da war eine Tür? Wie komme ich denn da ran? Weil hier war ein Gitter, da geht's nicht weiter. Naja, aber auf jeden Fall könnte man ja vielleicht, wenn die wirklich mal Outbreak remaken wollen, oder sowas, dann sollen die einfach den ersten, den zweiten und den nie erschienenen dritten Teil in ein Spiel packen. Ich geh jetzt da noch mal schnell rein, nur um zu gucken, ob da nicht doch irgendwie ein Weg durch den Zaun ist, oder so. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kann ich nämlich hier zum Beispiel ins Wasser auch gehen. Japp. Oh, wir schwimmen sogar richtig. Das, das kommt mir mega gefährlich vor. Aber es ist gut zu wissen, dass das geht. Aber hier geht's nicht durch. Stabiles Metallgitterweg versperrt. Aber warte mal, da hinten am Eck ist das vielleicht irgendwie ein Eingang? Aber ich glaube, das ist zu hoch. Da kommen wir nicht hoch, selbst wenn da was wäre. Ja, okay, gut. Vergiss es. Ich meine, das wäre ein Finanzierungsmodell eventuell, ne? Wenn die Outbreak remaken und das funktioniert gut, dann könnte man vielleicht auch einfach mehr Maps, mehr Charaktere und so weiter als DLCs nachreichen. Das wäre ja auch möglich. Vielleicht ein Outbreak 1 und 2 Remake und dann, wenn es läuft, wird die DLC-Maschinerie angeworfen. Gerade jetzt so mit Resident Evil 4 im Hinterkopf. Oh, da liegt noch ein Text. Ist ja die DLC-Politik recht vernünftig gewesen. Das könnte man schon machen. Das Stromkabel an der Decke löst sich auf. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Wenn wir es so lassen, beißen es die Ratten. durch. Du weißt, dass an dieser Uni ein starker Generator im Betrieb ist, um die Laborgeräte zu betreiben. Wenn das Kabel bricht, könnte jemand dabei ums Leben kommen. Ruf bitte einen Elektriker, der es repariert. Ich bin unterwegs und daher eine Weile nicht hier. Der Generator befindet sich im Nordwesten des Vorraums im ersten Stock. Nicht vergessen, gezeichnet Patrick. Nein, hier ist Patrick. Patrick. Okay, ich speichere mal. Was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich noch mal außenrum zurück. Ich weiß nicht mal mehr, wo der Aufzug war, ohne Scheiß. Aber gut, da ich jetzt weiß, dass ich schwimmen kann, sollten wir befürchte ich noch mal in den Wasserraum. Los geht's. Willst du noch einen Tipp? Nur, wenn ich gerade komplett auf dem Schlauch stehe und alles falsch mache und in die falsche Richtung laufe und alles vergebene Lebenszeit ist. Dann hau raus. Oh, die Kameras hier verwirren mich so. Ich weiß immer nicht, ob ich schon drin bin oder nicht. Nee, eben genau nicht. So. Bin ich auf dem richtigen Weg? Nee, dann passt schon. Dann mache ich einfach weiter. Dann erkunde ich noch ein bisschen weiter. Hey, ganz ehrlich, wenn ich, also, ich glaube, wenn ich jetzt in dem Szenario kurz vor Schluss sterbe, dann schauen wir uns das Ende auf YouTube an. Ich will das Szenario nicht noch mal komplett neu spielen. Das kommt drauf an. Wenn es wie beim, beim Blutegel-Szenario noch so einen Hoffnungsfunken gibt mit Neuladen, dann beißen wir uns durch. Aber, nee. So, hier könnte ich jetzt theoretisch wahrscheinlich auch ins Wasser springen, aber das wäre vielleicht eine ungesunde Idee mit den ganzen Huntern. Ich gehe einfach lieber mal. Erstmal. Man kann im Wasserraum was leicht übersehen. Ah, okay, okay, okay. 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 Oh, ich wollte eigentlich ins Wasser springen. Guck mal. Ey, ist das das, das man leicht übersehen kann? Weil das hätte ich nie im Leben gesehen. Ich wollte wirklich, genau das meinst du, ich wollte wirklich, ich habe mir gedacht, gucken wir mal, ob wir von hier ins Wasser springen können. Eher so auf LOL-Basis. Und dann muss man das wirklich machen, um sich drüber zu hangeln. What the fuck? Das ist schon sehr unscheinbar, ne? Holy shit. Noch mehr Sprenggeschosse? her damit. Achso, ne, das wollte ich nicht machen. Come on. Ja, die sind, deswegen, da machen sich viele immer drüber lustig, aber deswegen sind solche Rohre in modernen Spielen knallgelb oder sowas. Aber zumindest irgendwie eine Beleuchtung Beleuchtung oder irgendwas hätte man hier schon auch setzen können, dass das ein bisschen besser leasbar ist. Naja. Ich bringe jetzt gleich einen Hunter raus und schubse mich ins Wasser und ich muss wegschwimmen und raussteigen und den töten und alles nochmal machen. Das wäre nervig. Was ist Albert Wesker wirklich? Ist er ein Mensch oder ein Mutant? Albert Wesker ist ein ähm, ja, ein Mutant, wenn man so will. An dem wurde schon seit Kindertagen rumexperimentiert von Umbrella. Also wirklich schon seit jüngster Kindheit. Wahrscheinlich weiß er das selber nicht mal oder zumindest lange nicht so hundertprozentig. Ah, okay. Jetzt muss ich erst mal da lang gucken, weil ich glaube, der andere Weg ist der richtige. ist der richtige Kantenmaler. Ja, genau. Der fehlt hier. Und, äh, der ist tatsächlich mit Progenitor-Virus infiziert worden. Also noch lange vor der ganzen T-Virus-Geschichte. Der ist einer der ganz, ganz wenigen Menschen, die eine Infektion mit dem Progenitor-Virus überlebt haben und was er danach gemacht hat. Ich finde es so lustig, dass der eine Unterhose anhat. So Spidos, wisst ihr? Was ist das? Warum? Aber okay. Aber kann sein, dass er nach dem ersten Teil noch selber ein bisschen an sich rummodifiziert hat. Hey, was ist falsch? Sir, wir gehen auf die Distanz, dann. Ja! Oh! Was denn? Ich finde das Design von dem mit seiner Hautängst wie die Unterhose so albern. Impressive. Next time. I won't underestimate. Very good. Very good, Nikolai. Next time you shoot better in head. Moment mal, wo bin ich denn jetzt? Soll ich da überhaupt hin? Jetzt gehe ich nochmal runter. Gehen wir wieder runter. Okay. We'll get him next time. Jetzt gehe ich erstmal dahin, wo ich die Tür entriegelt habe. Jetzt schaue ich nebenbei noch die Filme an. Die Resident Evil Filme. Hä? Oh Gott, die finde ich ganz schrecklich. Oh Gott, nein. Mit dem brauchst du mich nicht, kannst du mich jagen. Ja, es wird, es wird so lange neue Filme kommen, bis so lange die noch laufen. Die Marke wird da filmtechnisch ausgeschlachtet wie sonst noch was. Aber ich bezweifle, dass wir jemals was Gutes kriegen werden mittlerweile. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber hey. Soll sich Capcom noch ein bisschen was dazu verdienen. Hauptsache, die Spiele bleiben gut. Der soll wieder sehr auf Horror gehen. Ja, aber, ja, wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Hey, aber gucken wir mal. Ja, eventuell wird Silent Hill 2 scheinbar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und auch das neue Dragon Age soll ja gut werden und nicht so schlimm, wie ich dachte. Insofern, vielleicht überrascht mich auch ein neuer Resident Evil Film. Aber ich glaube es nicht. Auch wenn es jetzt vielleicht ein paar positive Überraschungen gibt. gehe ich immer noch vom Schlechten aus bei sowas, der erfahrungshalber. Aber die animierten Filme direkt von Capcom, ja, die, die sind vielleicht besser, aber die finde ich ehrlich gesagt auch langweilig. Also die geben mir auch nichts. Ich finde auch die animierten Filme nicht gut. Die sind irgendwie so lame. Ich weiß auch nicht. Da passiert immer nichts. Also, die Action-Szenen sind komplett lächerlich over the top und die ganze Story ist so, ja, ist schon gut jetzt. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Zeigt mir coole Monster. Was weiß ich. Okay. Ein Messgerät für die Reinheit von Wasser brauche ich nicht. Okay. Ein Luftdichter- Reagenzienbehälter. Aha. Den brauchen wir schon. Den brauchen wir definitiv. Damit können wir jetzt nämlich das Zeug das so verdampft benutzen. Aber in deinen YouTube-Videos erklärst du ja alles. Nee. Also über die Filme rede ich in meinen YouTube-Videos eigentlich gar nicht. Die, 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 ich rede eigentlich fast nur über den Capcom-Canon. Also alles, was irgendwie mit den Videospielen zusammenhängt. Die Filme, die sind ja ein ganz eigenes Universum. Die haben ja nichts mit den Spielen zu tun. Okay, irgendwie kann ich hier gerade nichts machen, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe alle Resident-Evil-Filme mit dieser Alice da gesehen. Diese, diese Anderson. Anderson? Heißt da Anderson? Filme. Ähm. Kann aber sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen tatsächlich nie gesehen habe. da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Aber ich glaube, ich habe irgendwie alle mal gesehen. Wenn auch bestimmt nicht in der richtigen Reihenfolge. Hallo, forward. Okay, dann gehe ich jetzt wieder hoch auf die Straße, wo Nikolai gegen den Tyrant gekämpft hat. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ne, ist, glaube ich, das Herstellen von Dayglow optional. Ich glaube, Dayglow brauchen wir nicht unbedingt. Das wäre quasi das gute Ende. Ich denke, wir könnten auch einfach ohne Dayglow gehen. Und ich habe vor, das zu tun. Soll die Welt doch im T-Virus versinken. Aber Kanon ist, dass Dayglow rauskommt. Ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, wo, aber das wird definitiv irgendwo, ich glaube, in dem Bericht von Nikolai oder so vielleicht, in irgendeinem, in irgendeinem von den Wii-Lightgun-Shootern oder so, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo wird das definitiv besprochen. Warte mal. Ja, doch, stimmt schon. Paul W.S. Anderson, genau. Ja, ja, wisst ihr, ich sage es euch immer wieder. Man kann es nicht oft genug sagen. Ich verurteile niemanden dafür, wenn er die Filme mag. Aber ich finde es ganz schlimm. Aber ihr müsst euch nicht rechtfertigen, wenn ihr den mögt. Es ist okay. Ich mag euch trotzdem. Papier in der Tasche. Befehl. Erstens, Schlachtplan Kaiserpilz. klingt köstlich, aber, hm. Zweitens, Einsatzgebiet im Umkreis von vier Blocks um die Uni. Drittens, Zeit, 60 Minuten. Ab 5.35 Uhr. Sicher, sicher nicht 90.71, 81. Wenn die Filme anders heißen würden, hätte man da einen anderen Blickwinkel drauf. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Wenn die sich nicht Resident Evil nennen würden, würde man die wahrscheinlich ganz anders bewerten. Das stimmt. Aber, ich glaube halt, dann wird sich ehrlich gesagt auch niemand so wirklich dafür interessieren, oder? Also, ich glaube, der Erfolg der Filmreihe kommt schon auch stark von der Lizenz. Definitiv wäre der Erste zumindest nie so erfolgreich geworden, wenn der nicht Resident Evil im Namen hätte. Ich glaube, ich brauche, wenn ich jetzt wirklich Dayglo nicht herstelle, brauche ich diese Stoffe, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich lasse den jetzt hier. komm, gehen wir einfach zum Fluss. Fließt ein Fluss durch Raccoon City? Es hört sich so an, ne? Aber man sieht den, glaube ich, sonst irgendwie nie. Genau, überall nur ein Fluss. Das andere Ufer ist weit entfernt. Wo fließt denn da ein Fluss durch Raccoon City? Den sieht man sonst irgendwie in den Luftaufnahmen und sowas? Boah. Da muss ich mir mal nochmal angucken. Es gibt ein paar Aufnahmen von Raccoon City, Skyline-mäßig. Da sieht man zumindest keinen Fluss. Vor allem, guckt euch das mal an. Wartet mal, was da auch für eine Riesenbrücke ist. Das ist ja nicht nur ein Fluss, das ist ja wie die London Bridge. Das muss schon ein ordentlicher Fluss sein. Naja, cool. Okay. In Resident Evil 3 Remake. Ah, ja. Ja, absolut. Da hast du recht. Da überquert man den sogar. Könnte sogar die Brücke sein. Könnte sogar dieselbe Brücke sein, oder? Und da drüben ist dann irgendwo der Uhrenturm. Wer weiß, wer weiß. Stimmt, stimmt, stimmt. Fest verschlossen, ich brauche die Schlüsselkarte. Na, das ist ja ein Zufall. Absolut. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Hi, Tech-Turtle. Korridor B1. Moment, sind wir jetzt wieder... Jetzt sind wir wieder in der Universität. Vielleicht müssen wir... Vielleicht ist es doch nicht optional, dass wir Dayglow herstellen, oder? Weil warum bin ich dann wieder hier? ein Feuerzeug. Ne, ich wüsste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich dann hier eigentlich mache. Und ich schätze mal, unser Hausmeister ist schon lange gestorben, oder? Hm. Ne, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Warum sollte ich hier wieder durchlaufen? Oder? kann auch sein, dass ich das nämlich mit Outbreak 2 verwechsel mit dem guten und dem schlechten Ende. Jetzt wartet mal ganz kurz. Muss ich nochmal schnell gucken. Hey, danke an alle übrigens jetzt auch heute, die reingefollowt sind. George und Sandman und die weiter unten kann ich nicht mehr lesen. Luna, Dankeschön. Hi. Muss ich herstellen? Ja, kann schon sein. Ich scrolle kurz ein bisschen durch den Guide, der hat nämlich auch ein paar Bilder. Okay, jetzt sind die gerade mit dem Aufzug runtergefahren in den Guide. Und ja, da waren wir auch schon. Dann kommen die Hunter. Ja, ich schätze, wir müssen einfach zurückgehen. Ich muss zurückgehen und Dayglow herstellen. Ich dachte, das wäre optional. Stimmt nicht. Mein Fehler. Na dann. Gehe ich einfach wieder raus, weil ich habe das luftdichte Reagenzglas liegen lassen draußen. Wir müssen es herstellen, auch wenn wir es nicht mitnehmen. Ja, ich hoffe auch. Chris hasst das, wenn man sein Sandwich geht. Er versteht da keinen Spaß. Ja, Fallout spielen wir heute auch noch. Ich habe eigentlich vor, dass wir jetzt Outbreak heute durchspielen. Aber tatsächlich dauert das letzte Kapitel deutlich länger, als ich dachte. heute. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das heute durchspielen. Und dann werden wir Hollowbody noch durchspielen, weil ich glaube, da dürften wir auch in ein, zwei Stunden durch sein. Weiß nicht, ob ich jetzt die Karte noch brauche, aber so oder so, ich muss mich jetzt von irgendwas verabschieden, leider. So, sonst ist hier auch nichts wichtiges, oder? Die anderen Umbrella Leute hatten nichts. Da ist ein Heilkraut, das brauchen wir auch nicht. Ja, das befürchte ich schon, dass das jetzt ein bisschen kompliziert ist. Ich verstehe jetzt auch, warum vorher geschrieben wurde, dass das so ein Kapitel ist, dass man in der Regel nicht First Try schaffen kann. Aber wir tun, was wir können. Es kann natürlich alles schnell eskalieren und dem Bach runtergehen, aber bis jetzt haben wir Heilung, Munition und die Infektion ist erst auf 50%. Könnte schlimmer sein. Hä, sind wir hier nicht vorher noch vorbeigegangen? Ah ne, hier hoch, genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir da überhaupt noch mal hin müssen. Ich glaube eigentlich nicht mehr, oder? Ich gehe noch mal den Weg entlang, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, was da war. Ich war in Gedanken ganz wo anders. Das ist natürlich perfekt, ja. Nichts Nützliches. Kabelsalat, nichts Nützliches. Na dann. Ich würde so gern das Wasser ablassen, damit die ganzen Frösche weggehen. In den Süden fliegen oder so. Ich weiß nicht, was die dann machen. Aber ich schätze, das kann ich nicht. Da das Spiel auf Multiplayer ausgelegt ist, ist das Spiel im Scholo schon etwas anspruchsvoll. Ja, das ist schon irgendwie echt blöd, dass man das in Europa oder überhaupt im Westen, in den USA denke ich genauso, nicht so spielen konnte, wie es eigentlich gedacht war. Der Raum hier verwirrt mich so, weil hier steht irgendwie so Messgerät für die Wasserreinheit, aber wird nicht gebraucht, nichts nützliches. Verstehe ich nicht. Oh nein! Das war nicht meine Absicht. Shit. Shit. schnell raus hier. Okay. Sie hat's wirklich gemacht, ey. Springt einfach ins Wasser. Total crazy. Das braucht man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Sag bloß, da verändern sich die Missionsziele. Das finde ich ja nice. Das ist nämlich wie in den guten alten Perfect Dark oder golden Eizeiten. Sowas gefällt mir. Okay, luftdichter Behälter. Versiegelt. Okay. Wir haben jetzt immerhin mal den P-Grundstoff. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wo war denn gleich nochmal? Ah, hier. P-Grundstoff haben wir jetzt. Okay, okay, okay. Herstellung aus Wespengift als Katalysator wird im Labor aufbewahrt. Die Herstellung großer Mengen von V-Gift ist arbeitsaufwendig vorsichtig im Umgang. Im Labor wird es aufbewahrt. Sind wir nicht im Labor? Gibt es hier irgendwas, das wirklich Labor heißt? Das hier ist irgendwie alles Wasser Filter und so weiter. Hä? Wechsle ich denn hier gleich nochmal die Ebenen anderer Karte? Ne. Hä? Innenräume Universität Universitätshof Untergeschoss A Ah, guckt mal, wartet mal, Universitätshof Das sieht's eigentlich Der, wann waren wir denn im Hinterhof? Es sieht so aus, als gäbe es im Hinterhof noch sehr viele Möglichkeiten, in die wir gehen könnten. Aber wann waren wir im Hinterhof und wie sind wir da hingekommen? Über die Leiter nach oben, oder? Das war der Hinterhof. Da muss ich jetzt nochmal hinschauen. Kann das wirklich sein, dass ich da gleich zwei Wege übersehen habe? Fahrstuhl, ja genau, das wäre auch mein nächster Plan gewesen. Aber jetzt muss ich nochmal in den Hinterhof gucken. Verwirrung. Wartet mal, ich gehe nochmal kurz da rein. Ich muss mal auf die Karte gucken. Der Hinterhof sehr scary. Okay. Da müsste ich jetzt nochmal den ganzen Weg hierhin laufen, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Snoochipi, hey, vielen, vielen, vielen Dank für deinen super Chat. Freut mich sehr. Dankeschön. Das ist wirklich sehr cool. Ja, komm, YOLO, ich speichere jetzt hier nochmal schnell und dann laufen wir nochmal in den Hinterhof. Dann laufen wir nochmal in den Hinterhof. Are you English Tag Turtle? What is Hinterhof in English? Backyard, yes, Backyard. It's just a Backyard. Resident Evil Outbreak OK, let's go. American, OK. Hey, Dankeschön, Snooch, gerne, ich danke dir. Yay, lapplapp. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, weil die Kamera an dieser Tür immer so beschissen ist. Ich nutze die Türöffnungssequenzen immer, um kurz in den Chat zu gucken, was ihr so macht. Und dann, ne, bin ich verwirrt. Damn it. Hi, no name. Ugh. I wanna be daylight. hallo Nintendo fan, mir geht's gut, mir geht's ganz gut. Alles okay soweit. Ich bin noch grad ein bisschen von dem letzten Kapitel hier genervt. Ein bisschen zu krasses Rumlaufräsel hier im letzten Level jetzt. Ich fand das Apple innen schon unübersichtlich, aber das hier ist ja gerade so wow. WTF. Darf ich kurz, ihr könnt ruhig einfach hier stehen bleiben. Guckt, ich hangel mich darüber. Ihr könnt weiterhin hier chillen. Nein! Ich hab befürchtet, dass das passieren kann. Ihr Schweine! Kann ich da drüben mich aus dem Wasser rausziehen? Geh weg! Geh weg! Shit, ich komm da nicht raus. Nein, geht weg! Ich mag das nicht, dass ihr mit mir im Wasser seid. Seriously. Oh mein Gott, ich glaub, die töten mich. Nein, hört auf jetzt! Blöde Situation. Blöde Situation, in die wir da geraten sind. Okay. Essen wollten die mich einfach. Wollten die mich einfach am Stück essen. Sind die dumm? Können die nicht machen. Es gibt eine Anzeige. Oi, 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 oi. War immer stille Zuschauerin, aber dachte, muss deine tolle Arbeit mal honorieren. Dankeschön, das ist wirklich sehr nett. Okay. Anzeige ist raus. Jetzt bin ich echt gespannt, ob der Innenhof wirklich der Innenhof ist, den ich meine, und ob es da wirklich zwei Wege gibt, die wir noch nicht gegangen sind. Labor, Labor, ich weiß wirklich nicht, was für ein Labor gemeint ist. Aber gibt's nicht sogar noch irgendwie, ich glaube, wir sind irgendwie zwar mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss gefahren, aber dann irgendwie sofort ins dritte Untergeschoss gesprungen und da war noch was zu erkunden oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte, da waren wir noch nicht fertig. Wie geht's uns eigentlich? Haben die uns Schaden gemacht? Brauchen wir Heilung oder so? Ich pfeife mir mal Heilung rein, kann ja nicht schaden. Ich gucke deine Videos immer zum Einschlafen, deine Stimme beruhigt. Das höre ich ganz oft tatsächlich. Ich war mal, als ich von YouTube auf so eine YouTube-Party eingeladen wurde, da waren auch sehr viel größere YouTuber und Leute, die sich viel besser auskennen, mit dem ganzen Zeug wie ich. Und die haben mir gesagt, dass ich scheinbar auch auf einer, also in den Einschlaf-Algorithmus von YouTube gekommen bin mit meinen Videos. Und das ist scheinbar was Gutes. Viele Leute versuchen gezielt da reinzukommen, aber schaffen es nicht. Und das ist scheinbar irgendwie ziemlich gut für mich. Weil dann quasi, wenn Leute irgendwas gucken und während dessen einschlafen, dann kommen plötzlich auch meine Videos quasi automatisch während die schon schlafen. deswegen bringt das viele Klicks, was ich irgendwie lustig finde. Aber ja. Meine Frau möchte, dass du Hörbücher einsprichst. Hey, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, sage ich nicht nein. Aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Immerhin, das finde ich ja schon gut, weil das geht nicht in jedem Resident Evil, kann ich Kräuter direkt außen Inventar raus, wenn ich neue aufhebe, kombinieren quasi. Wisst ihr, was ich meine? Okay, da hinten an der Brücke direkt. Ich gucke mir meist deine Videos, die ich schon geguckt habe und die mich nicht spoilen auf YouTube zum Einschlafen. Unsure why my message got blocked by Automot Auf Twitch? Warte mal schnell. Dummer Amerikaner, das wollte er nicht. Ich kann es aber mal erlauben. Du redest ja auch von dir selbst. Ich bin nur ein dummer Amerikaner, der kein Deutsch spricht, aber ich liebe Schnitzel. Na dann, dann ist es gut. Okay, die ist auch verschlossen. Aber die geht auf. Sehr gut, immerhin. Anleger. Oh, die werfen mir schon verdächtig viel Heilkräuter entgegen. Ei, ei. Na ja, gucken wir mal. Oh, schwimmt da ein Hai im Wasser? Ist es Willi? Ist es Free Willi? Der ist da eingesperrt. Wir müssen uns da auf den Steg stellen und unsere Hand so in die Luft heben, damit er über uns drüber springen kann und dann ist er frei. Feierabend und Lurk. Sehr gut. Das klingt nach einem guten Plan. Aber ist das wirklich Neptun? Kann das wirklich Neptun sein? Macht das Sinn? Oder ist das irgendein anderer? Oder ist es ein Neptun quasi? Ne? ne? Ui, 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 ui. Ja, das erste Hilfspril lassen wir liegen. Da ist jemand hungrig. Das ist ein bisschen blöd, dass infizierte Haie da im Fluss sind, weil die können wegschwimmen, wisst ihr? Vielleicht sind die noch da draußen irgendwo. Vielleicht gibt's in der Resident Evil Welt jetzt einfach infizierte Haie, weil die halt von der Bombe einfach nicht kaputt gemacht wurden. Die schwimmen halt, die sind schon lange, lange irgendwo im Ozean oder sowas, bis wir da ankommen. Könnte erstens sein und zweitens äh, hab ich vergessen, aber ich äh, genau und zweitens können die sich, soweit ich weiß, auch vorpflanzen. Ja gut, und dann gab's ja auch noch natürlich Revelations, ne? Das, da hab ich mich auch gefragt, ob's da nicht bleibende Schäden irgendwie im, ach, jetzt sind wir wieder hier er antwortet nicht. Ach, jetzt sind wir wieder im Kreis gelaufen irgendwie. Jetzt geh ich noch mal raus. Alles führt hier im Kreis, ich versteh's nicht. Habe ich die Tür schon probiert? Warum ist die gelb? Ich dachte, die war verschlossen, weil die hier wird wirklich rot angezeigt. Aber da ist wirklich sonst nix, ne? Das ist einfach nur ein Rundgang und dann bin ich wieder drin im Gebäude. Oh, jetzt kenn ich mich wirklich gar nicht mehr aus. Ja, ja, in Resident Evil 6 gibt's ja auch einen sehr weirden Cyber-Hai irgendwie, genau. Der sieht zumindest super crazy aus. Lebst du noch? Bist du schon Zombie? Er antwortet nicht. Jetzt muss ich noch mal kurz da runterklettern, weil ich nicht mehr genau weiß, wo man da eigentlich rauskommt. In welchem Szenario? Äh, bei Leon will mich nicht alles täuschen. Der hat doch so ne, so ne, äh, Skyrim-Passage, wo man in der Kanalisation gegen uralte Drauger kämpft aus irgendeinem Grund. Und da kommt, glaube ich, danach dann der Hai so als Boss. Das ist auch mega weird, oder? In Resident Evil 6. Wenn dann Leon in, in irgendeiner alten Gruft gegen Wikinger-Zombies mit Äxten kämpft. Äh, ich weiß, ich weiß es, ich weiß es einfach nicht, was die sich da gedacht haben. Okay, wir waren noch gar nicht in vier Untergeschoss, glaube ich. Da müssen wir jetzt mal noch hin. Da ist vielleicht das Labor. Schädlings-Vernichtungsspray. Ich glaube, das kombiniert mit Feuerzeug ist ne richtige Waffe, basically. Wir reden nicht über Sex. Sex gibt's nicht. Ja, ich find's auch komisch, dass die nach dem fünften Teil plötzlich Jahre später den siebten gemacht haben, ne? Wirklich komisch. Ja eben, unter Raccoon City ist plötzlich so ein antikes Wikinger-Grab. Was zur Hölle? Was? Ui, Spinnen. Alles gut, Spinner. Ich geh schon. Ich will dich gar nicht stören. Oh Gott. Nee, nee, nee. Kein Grund zur Aufregung. Ich bin schon weg. Alles gut. Alles gut. Nee, Resident Evil 6 sind für mich wie die Resident Evil Filme. Da kannst du mich mit jagen. Ich werde natürlich Resident Evil 6 auch spielen. Wir werden das natürlich auch komplett durchspielen. Alle Szenarien und so weiter, wenn wir so weit sind. Aber da habe ich mal so gar keinen Bock drauf. Jedes Mal wieder. Ich habe die schon so oft gespielt, weil ich mir immer wieder denke, na komm, so schlimm sind die bestimmt gar nicht. Das ist wirklich nur, das sind wahrscheinlich nur in deiner Erinnerung so. Und wenn du denen mal jetzt eine neutrale Chance nochmal gibst, dann sind die bestimmt, sind ja aufwendig gemacht und so weiter, ne? Und jedes Mal wieder denke ich mir, oh, um Gottes Willen sind die scheiße. Warum? Wie? Wie haben die das geschafft, die so schlecht zu machen? Sturmgewehr? Welche Munition schießt denn die? Wenn das jetzt zufällig 9 Millimeter schießt. Ach, schade. Das wäre zu schön gewesen. Sturmgewehr hätte ich schon gern. Brauchen wir die Schlüsselkarte noch? Darauf steht Ladeluke. Ich speichere an der Stelle jetzt hier mal kurz nochmal so separat. Weil ich habe ein bisschen Angst. Dass ich es bereue, dass ich die Pistole hier gelassen habe, meine ich. Nee, ich finde es halt einfach wirklich nicht gut. Also, mir geht es da wirklich gar nicht drum, dass ich sage, ja, das ist kein Resident Evil mehr, weil zu viel Action und so weiter. Das wäre für mich nicht schlimm, aber es macht mir halt einfach null Spaß. Null, null, null Spaß. Ich finde das Gameplay ist einfach nicht gelungen. Irgendwie ist das Leon-Kapitel noch so das Beste, aber selbst das ist eher so... Ah. Oh, alter U-Bahn-Tunnel. Okay, okay. Und... Oh Gott. Riesen-Wespen. Und wie riesig. Sehr viel größer als die Resident Evil 1 Riesen-Wespen. Ähm. Nicht nur, dass mir das Gameplay an sich keinen Spaß macht, weil der Nahkampf ist einfach lächerlich mächtig übertrieben und ähm... Ah, schieß halt! Und die haben jede Taktik aus den Kämpfen rausgenommen im Vergleich zum vierten Teil und auch noch im fünften gab es dann noch viel mehr Tiefe in der Strategie, wie man die Monster bekämpft. Das haben die alles komplett rausgenommen. Und äh... Dass es wirklich überhaupt keine Upgrades mehr gibt oder irgendwie ein Inventar oder sowas. Sondern irgendwann hat man einfach 500.000 Waffen. Alle sind irgendwie austauschbar. Und man kann dann irgendwie noch so drei Special-Attribut-Medaillen ausrüsten. Und dagegen haben die quasi das Upgrade-System aus Resident Evil 4 eingetauscht. Oh, da könnte ich kotzen. Ich glaube, es war ein Fehler, das Sturmgewehr mitzunehmen. Das, äh... Macht irgendwie pro Schuss zu wenig Schaden und es ist jetzt schon leer. Shit. Versuchen wir einfach mal die 9mm-Patronen reinzudrücken. Schade. Ich hätte bei der Pistole bleiben sollen. Ohne Munition. Ohne mehr Munition ist das Ding gar nicht mal so gut. Das mit den Medaillen war auch echt kacke. Ja, ne, finde ich auch. Also, ne. Resident Evil 4 auch noch 5, aber das hat ja schon abgebaut. Aber 4 vor allem hatte so ein gutes Progressionssystem. So eine gute Progressionsmechanik. Und der 5. hat das schon ein bisschen abgespeckt im Vergleich dazu. Und der 6. hat es halt komplett aus dem Fenster geworfen und irgendwas Neues gemacht, was furchtbar ist. Ich hasse es. Ich höre irgendwie Schritte von irgendwas Schwerem. Geh mal lieber da rein. Das ist Albert Bueskers Sohn in Sherry's Szenario. Ja, genau. Und zu viel Story. Wenn wir schon dabei sind, Resident Evil 6 zu kritisieren. Zu viel, zu komplexe Story. Hat meiner Meinung nach in Resident Evil nichts verloren. Das ist genau der Grund, warum mir die CGI-Filme nicht gefallen. Zu viel Story einfach. Brauche ich nicht. Man braucht nicht so viel Story. Ach, guck mal. Ne. Stolen Munition. Scheiße. Ich dachte kurz Sturmgewehr Munition. Das pfeifen wir uns schnell mal rein, weil wir sind eh schon auf 61 Prozent. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Das letzte Kapitel ist ja riesig. Ich habe mir wirklich noch gedacht, als wir heute den Stream jetzt angefangen haben und ich gesehen habe, dass das das letzte Kapitel ist, habe ich mir noch so gedacht, okay, krass, das Spiel ist aber schon sehr kurz. Ich meine ja, die einzelnen Kapitel haben alle wieder Spielwert und so, aber es ist nicht sehr lange. Aber das letzte Kapitel haut ihr nochmal richtig rein. Das ist ja ein eigenes, kleines, ganzes Spiel schon fast, ne. Na gut, gehen wir noch mal in den Gang, wo ich die gruseligen, schweren Schritte gehört habe. Was für eine Verschwendung. Ich hoffe, ich finde hier nochmal eine Pistole irgendwo. Trinken nicht vergessen. Richtig und wichtig. Aber ich muss, kann gerade nicht. Ich muss in den Lagerraum gehen. Ich würde jetzt hier gleich, ah, ich würde jetzt hier gleich ganz kurz, eine ganz kurze Pause einlegen, weil ich echt aufs Klo muss auch. Vor lauter Trinken. Aber jetzt haben wir uns hier noch schnell um. Wartungsplan. Oh, irgendwas haben wir gefunden. Nein, krieg doch nicht durch den Kanal. Ich möchte das gar nicht. Ich wollte nicht in dem Belüftungsturm Innenwand kriechen. Das war ein Versehen. Okay, gut. Müssen wir ganz kurz Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Äh, zwei Minuten. Tada. Da bin ich wieder. Hallo. Was geht? Habe ich euch eigentlich schon den Holy Adventskalender gezeigt. Der ist ziemlich schön wieder dieses Jahr. Ich habe, äh, den kleinen jetzt schon bekommen. Der große kommt erst noch. Aber, was halt wirklich cool ist, auch am kleinen Adventskalender, nicht nur, dass man 24 Probepäckchen aus dem ganzen Holy Sortiment hat, sondern, dass man auch diese Glasflasche mit drin hat. Und die mag ich wirklich gern. Die benutze ich tatsächlich, seit ich die habe, die ganze Zeit. Die ist mir irgendwie lieber wie die Blechdinger. Oder die Plastikdinger, besser gesagt. Die benutze ich schon auch öfter. Aber das ist einfach eine coole Trinkflasche, die ich wirklich gern mag. Und die ist eben im Adventskalender mit dabei. Äh, man kann auch hier oben schon ein bisschen reinspicken. So sieht das dann da drin aus. Jeden Tag ein Päckchen. Man sieht schon ein Hydration, mindestens zwei Eistees. Also da sind alle Produkte ein bisschen durchgemischt. Ähm, könnt ihr euch jetzt nämlich noch ein paar Tage stark reduziert holen. Also wirklich stark reduziert. gibt es einzeln den großen oder den kleinen oder auch beide im Doppelpack. Und wenn ihr das Doppelpack nehmt und jetzt eben noch bis zum, ich weiß es nicht mehr, Anfang Oktober irgendwann, die nächsten Tage noch bestellt und dann noch meinen Code LSBR10 benutzt, dann kriegt ihr quasi den kleinen Kalender kostenlos dazu. Also sogar noch, sogar noch weniger. Und den großen habt ihr dann sowieso auch noch gekauft. Also das ist aktuell wirklich coole Angebote bis zum vierten. Danke MrSkyDance Twitch. Also, äh, nur noch drei Tage Zeit jetzt. Dann wird es ein bisschen teurer. Das ist so der Super Early Bird Bonus. Immer noch ein guter Deal danach finde ich, weil der Gesamtwert da drin ist immer noch sehr viel höher ist natürlich als die Preise. Aber ab dem vierten erhöht sich dann schon ein bisschen und dann habt ihr wieder ein paar Wochen Zeit, bis der Preis dann auf den Normalpreis angestiegen ist. Schade, dass Holy Zucker frei ist. Sonst hättest du das bestellt. Ja, du kannst ein bisschen Zucker reinmachen, glaube ich, wenn du unbedingt willst. Das geht. Aber warum willst du denn lieber mit Zucker? Das ist doch gerade so cool dran, dass da kein Zucker drin ist. Also für mich zumindest. Kann man Holy mit Waterdrops vergleichen? Ich kenne Waterdrops nicht, deswegen kann ich das leider nicht sagen. LSBR10 bereits beim letzten Stream genutzt. Sehr gut. Also den LSBR10-Code könnt ihr ja so oft benutzen, bei jeder Bestellung, immer wieder. Der ist nicht limitiert oder sowas. Den könnt ihr jedes Mal bei jeder Bestellung für immer benutzen. Der LSBR5-Code, mit dem ihr 5 Euro Rabatt kriegt, aber das macht eh nur Sinn bei, ähm, habe ein Insulin-Problem. Ach so, okay, na gut. Also der LSBR5-Code, der macht sowieso nur Sinn, wenn ihr Bestellungen unter 50 Euro habt, ne, weil dann lohnt es sich, den 5er einzulösen. Der funktioniert nur einmal bei der ersten Bestellung, aber der LSBR10 funktioniert für immer. Also zumindest auf unbestimmte Zeit jetzt noch. Holy ist wirklich total lecker, nutze das gern. Ich bin auch ein Fan, also ganz ohne Scheiße jetzt, Werbung hin oder her, ich finde die wirklich cool. Ich mag die echt gerne, die Holy Energy Drinks haben mittlerweile Kaffee bei mir abgelöst komplett und die Eistees, die trinke ich halt echt so den ganzen Tag vor mich hin. Ich liebe Holy, leider bin ich ein langsamer Trinker. Also musste ich schon zwei halbvolle Dosen wegschmeißen. Hey, aber kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch, äh, natürlich viele Holy-Produkte zugeschickt kriege und die kriege ich auch nicht leer und die stehen teilweise eineinhalb Jahre rum und wenn die so lange rumstehen, geöffnet schon, dann wird das Pulver so hart, ne? Dann wird da so eine harte Schicht irgendwie draus. Aber die musst du trotzdem nicht wegwerfen. Also kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, mit meinen eigenen, ich habe selber rumexperimentiert, wenn man das einfach mit einer Gabel ein bisschen auflockert und dann wirklich so die Bröckchen ins Wasser wirft, dann lösen die sich wieder perfekt auf. Also die sind, solange die irgendwie nicht schimmeln oder was weiß ich was, nur weil es ein bisschen hart wird, heißt das nicht, dass man die nicht noch wunderbar benutzen kann. So, ich freue mich schon echt auf den großen Adventskalender. Ich hoffe, die schicken mir da einen, aber ich denke schon. Aber ich habe mich schon sehr über den Kleinen jetzt gefreut. Bei mir hat sich das nicht mehr aufgelöst. Echt? Ich habe das jetzt mit mehreren Sorten probiert und da hat es eigentlich immer funktioniert. Ich habe da sogar schon mal, das ist auch, äh, das sind jetzt, das sind jetzt lauter private Geschichten von mir, ne? Das ist, das ist nicht offiziell von Holy irgendwie Anleitungen oder sowas. Aber ich kann nur sagen, ich privat habe auch schon quasi aus so verhärtetem Holy-Pulver, das wirklich schon über ein Jahr alt war, geöffnet halt, habe ich einfach so einen Sirup gemacht, in einer kleinen Flasche, super hoch konzentriert, das war richtig dickflüssig, aber alle Klumpen haben sich perfekt aufgelöst und dann habe ich das immer wieder in Wasser halt gemischt, anteilig, so ein bisschen rum experimentiert, aber hat immer noch super funktioniert. Aber ja, ich glaube, es ist schon, wenn man es innerhalb von ein paar Monaten aufbraucht, ist es schon besser. Wahrscheinlich. So, machen wir hier mal weiter. Können wir uns hier so an der Wand entlang? Ja, genau. Hier werden alle Register gezogen. Muss ich dann beim nächsten austesten. Ja, also bei mir hat es funktioniert immer, kann ich dir nur sagen. Keine Ahnung. Bis auf, muss ich auch dazu sagen, äh, dieser Weihnachtspunsch. Bei dem hat es tatsächlich nicht funktioniert. Beziehungsweise habe ich es da gar nicht probiert, bei dem, bei dem, äh, Weihnachtspunsch, weil der war, der wurde klebrig ein bisschen. Ich weiß nicht, was da drin war, aber da habe ich es nicht gemacht. Aber ansonsten hat es eigentlich immer geklappt. Das Milchexperiment war grenzwertig, schreibt Merlin gerade. Wir haben mal getestet, ob man Milchshakes mit Holy machen kann. Und ich, ich, ich gebe das noch nicht auf, aber das erste Experiment war, naja, ich habe vielleicht ein bisschen sehr viel von dem, wie ich gerade erzählt habe, Holy Sirup, das ich gebastelt habe, habe ich vielleicht ein bisschen sehr viel davon mal für den ersten Milchshake-Versuch gemacht. Und vielleicht ist Waldmeister-Milchshake auch ein bisschen gewagt. Ähm, ja. Muss man noch mal, muss man noch mal erproben ein bisschen vielleicht. Ich sehe da so ein rotes X, ist hier drin etwa der Hausmeister gestorben und wenn ja, frage ich mich, wie ist er überhaupt hierher gekommen? Ja, da ist er. Bedienen wir mal die Schalttafel. Oh Gott, ist das wieder sowas, wo alle leuchten müssen? Wenn ich wenigstens irgendwie, wisst ihr, ne, wenn mir wenigstens das Spiel irgendwie sagen würde. Okay, wartet mal. Welche Tasten was machen? Was? Jetzt muss ich vom vorn anfangen, weil ich zu lang gebraucht habe auch noch. Holy shit, das ist aber ein bisschen sehr gemein. Oh, ich habe es auf einer Seite geschafft. Ah shit, die Seiten greifen sogar. Oh, ich habe es geschafft. Okay, ich beschwere mich nicht mehr. Das war easy. Das war reines Glück. Okay, ich habe den Strom für die Belüftung oder so wieder hergestellt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte er das reparieren, aber ist vor Frust, vor Verzweiflung ohnmächtig geworden. Hier hätten wir noch mal ein Feuerzeug. Klappmesser, grünes Kraut. Pistolenmunition. Leider hatte der keine Pistole, ne? Das wäre gut. Um nochmal auf Resident Evil 6 zurückzukommen. Wie wäre da mal ein Remake? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan des Gedanken, dass man Resident Evil 6 Remake macht, weil ich bin der Meinung, dass man viel verbessern könnte in Resident Evil 6 und daraus eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel machen könnte. Deswegen finde ich den Gedanken sehr gut, das zu remaken. Weil ich meine, so Spiele wie Resident Evil 4 sind die perfekt. Das Remake ist auch sehr, sehr gut. Die sind da klugerweise vom Gameplay her ein bisschen einen anderen Weg gegangen und haben so Kontrollierbarkeit gegen Chaos getauscht und beides funktioniert sehr gut. Jetzt haben wir da einfach zwei fantastische Spiele, die nebeneinander koexistieren können. Aber Resident Evil 6 könnte man so richtig, 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 richtig gut machen. Und da gibt es halt wirklich was zu verbessern. Da würde es sich wirklich lohnen. Deswegen bin ich da ein Freund davon. von der Idee. Aber das würde ja wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis mal ein Resident Evil 6 Remake kommt. Okay. Teil eines Tagebuchs. 17. September. Wir haben nicht genug V-Gift für die Mischung. Oh nein. Ich erinnere mich schwach an ein Wespen-Nest. Oh nein. Im Belüftungsturm. Aber ich sollte da nicht einfach so hinlaufen. Allerdings komme ich ohne die nötigen Zutaten nicht weiter. Ich werde hinübergehen, nachdem ich mir Schutzkleidung beschafft habe. Oh nein. Muss ich wirklich die Wespen töten und irgendwie Gift von denen extrahieren? Das klingt ja lustig. Also beim letzten Kapitel wollten die es ordentlich wissen, oder? Das ist ja crazy. Wie lange läuft denn das Stream jetzt schon? Drei Stunden? Nein. Doch. Was? Oh. Doch wirklich. Drei Stunden jetzt schon? Heiliger Klappauter Mann. Tatsächlich, doch. Drei Stunden. Oh, das ist krass. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, das letzte Kapitel ist länger als, als Resident Evil 3 Remake. Wirklich. Ganze Resident Evil 3 Remake, was wir hier spielen. Wow. Holy shit. Landquid hat so viele Fallout Clips erstellt. Ich dachte, er muss mit Bethesda zusammenarbeiten. Fallout Clips? Wirklich? Wann habe ich denn Fallout? Oder meinst du so Videos allgemein? einfach. Ja, krass. Ach so, habe ich da oben eine Nachricht überlesen mit Fallout 5. Ach so, nee, nee. Ich, oh Gott. Ich werde von Zombies gefressen. Aber ich habe, ich arbeite nicht mit Bethesda zusammen und habe keinerlei Hintergrundwissen oder irgendwas, das ihr nicht wisst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kletter da jetzt ganz schnell hoch und dann... Oh, puh. Nehmen wir Heilung hoffentlich. Und selbst wenn ich was wüsste, was ich aber wirklich nicht tue, dann könnte ich natürlich auch nichts dazu sagen. Wir bluten schon wieder. Das ist schon blöd, ne? So ein einzelner Zombie-Biss kann in dem Spiel manchmal schon echt gefährlich sein. Überall ist Schädlingsbekämpfung-Spray. Die hatten anscheinend echt Probleme an der Uni damit. Okay, wir bluten nicht mehr. Wir sind immer noch okay. Alles ist gut. Ich schiebe mal das Heilkraut gleich mal hier in die Schnellauswahl. Er weiß was. Er weiß was, sonst würde er keine Andeutungen machen. Na gut. Aber ich mach doch nicht mal Andeutungen. Aber ich glaube, dass wir von Fallout 6 leider noch gar nicht reden müssen. Also, ich befürchte, dass das noch in sehr weiter Ferne ist. Geil wär's halt, wenn die tatsächlich irgendeinen Spin-Off machen würden. Wenn Microsoft vor allem nach dem großen Erfolg der Serie jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, alle Studios machen jetzt ein Fallout-Spiel, ne? So, das wär super. Hi, Desert Trailgun und Max. So was geht. Das wär natürlich gut. Ha, meint ihr, ich soll Insektenspray vielleicht mitnehmen gegen die Wespen? War das vielleicht so? Wollt mir das Spiel das sagen? Guck mal, die Wespen machen voll die krassen Ausweichmanöver. Habt ihr das gesehen? Voll die Pirouetten hier. Das sind so ganz normale japanische Riesenwespen. oder? Glaub ich. Gar nichts Besonderes. Holy shit, ist das letzte Kapitel groß. Ohne Witz. Krass. Bis zur Staffel 3 gibt es Fallout 6. Also, ich glaub zumindest schon, dass Microsoft da jetzt ein bisschen Druck macht, ne? Das, das... Glaub ich schon. Würde mich wundern. Ja, ohne Scheiß-Toni. Ich mein, die konnten wahrscheinlich auch nicht damit rechnen, dass die Fallout-Serie so ein großer Erfolg wird. Weil, gerade bei Videospiel-Umsetzungen, ne? Da ist es immer so... Hit und Miss und meistens eher ein Miss. Aber, dass wirklich Bethesda oder Microsoft oder wie auch immer so gar nix, so gar nix bereit hatte zur Fallout-Serie. Die hätten wenigstens vielleicht Fallout-Shelter online in den Westen bringen können oder so, was weiß ich was. Aber irgendwas zum Start der Serie wäre halt schon klug gewesen, weil das wäre durch die Decke gegangen wie sonst noch was. Ich mein, Fallout 4 und Fallout 76 und auch alle anderen Fallout-Teile haben ja nochmal deutlich davon profitiert. Und vielleicht haben die auch deswegen nix Neues rausgebracht, weil die Fallout 76 noch ein bisschen melken wollen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber, ja. Da wäre auf jeden Fall was gegangen. Ne, ich hab's beim letzten Mal schon gesagt. Ich mag... Ich liebe zwar Blood Omen 2, das war so ein Spiel aus meiner Kindheit, aber die Soul Reaver-Teile davor habe ich tatsächlich leider nie gespielt. Deswegen habe ich da gar nicht so... Wir sind vergiftet. Shit. Und ich hab wirklich... Oh mein Gott. Erste Hilfe sprach halt kein Gift. Scheiß Wespen. Ähm... Ne. Genau, deswegen interessiert mich das leider gar nicht so sehr. Ach, guck mal. V-Gift. Wir haben V-Gift. Sehr gut. Wir sterben jetzt wahrscheinlich an der Vergiftung, aber immerhin haben wir V-Gift. Jetzt wartet mal ganz kurz. Passt. Äh. Ich würde V-Gift gerne in meinen Rucksack schieben. Oh, okay. Hab Fallout für extra mit dem neuen Charakter angefangen, nachdem ich die Serie gesehen habe. Ja, eben. Glaube ich. Glaube ich. Hey, wir werden... Wenn wir... Wenn wir mit Fallout... Also, wenn wir in unserer Reise durch alle Fallout-Teile bei Fallout 4 angekommen sind, werde ich das auch stärker modden. Ich will ja eigentlich alle Spiele so ein bisschen, ne? So naturbelassen spielen, wie sie von Gott erschaffen wurden. Aber Fallout 4 werde ich, glaube ich, stark modden. Weil das habe ich, glaube ich, zu oft in- und auswendig gespielt. Das würde mir keinen Spaß mehr machen, das nochmal normal durchzuspielen. Aber mit so Settlement-Management-Geschichten muss ich mal gucken, dass ich die Mods ordentlich zum Laufen kriege. Da hätte ich schon Bock drauf. Okay, wartet mal. Es gibt hier eine Treppe. Ich muss nochmal nachgucken. Irgendwo ist hier eine Treppe, die ich übersehen habe anscheinend. Die Verti-Birds in der Serie sind fast falsch dargestellt. Die stürzen nicht nach 5 Metern ab, weil das stimmt. Ich finde die Serie echt gut, ne? Ich finde die sehr unterhaltsam. Ich finde, die ist gut gemacht. Die fängt auch irgendwie vor allem so den neueren Fallout-Charme sehr gut ein, finde ich. so den Bethesda-Vollort-Charme, vor allem Fallout 4, aber ist schon alles sehr gut. Mag ich wirklich gerne. Aber Lore-technisch und auch Story-technisch gibt es natürlich schon ein paar Probleme mit dem Ganzen. Von den abstürzenden, nicht abstürzenden Verti-Birds mal ganz abgesehen. Aber das hält sich tatsächlich alles in Grenzen, finde ich zumindest. Die Serie ist schon ein toller Fanservice. Ja. Genau, genau, eben. Die ist cool, die ist ein guter Fanservice. Da entdeckt man viel wieder, wenn man die Serie kennt und mag. Aber die funktioniert eben auch, habe ich auch bei Merlin zum Beispiel gesehen, gut, wenn man in der Fallout-Welt so gar nicht drin steckt. Weil die Charaktere sind interessant. Wir haben ein Sturmgewehr-Magazin, aber kein Sturmgewehr mehr. Ich bleibe jetzt bei der Pistole, ey, ohne Scheiß. Scheiß auf Sturmgewehr. Äh, das passt. Worum geht's in der Serie? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Um, um, ach, hier ist auch noch Gegengift jetzt. Um die Sachen in der Serie so. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Die Schlüsselkarte brauche ich nicht mehr, oder? Der Raum fühlt sich so an, als sollte hier eine Schreibmaschine drin sein, finde ich, irgendwie. Das ist ein, das ist ein Speicherraum. Nur, nur die Schreibmaschine fehlt. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Was war jetzt gleich nochmal das dritte Ding, das uns fehlt? Teeblut. Wo ist denn der Tyrant? Wo ist er denn? Der hat nämlich unsere Blutprobe, die wir noch brauchen. Die würde ich ihm gerne aus dem Rücken schießen. Hab mir gerade einen Adventskalender gegönnt. Oh, sehr nice. Den großen oder den kleinen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für den kleinen entscheiden, glaube ich. Ich meine, der Große hat auch ein paar coole Sachen. Da sind, glaube ich, mehr, mehr, mehr Tubes drin, mehr, mehr Flaschen auch so zum Trinken. Und vor allem auch ein ganz neuer, geheimer Geschmack, den es noch gar nicht gibt. Das ist schon natürlich sehr nice. Aber hier hat man halt quasi die Glasflasche und einfach jeden Tag, 24 Tage, einmal ein Probepäckchen. Irgendwie mag ich das. Das ist einfach und simpel. Das finde ich irgendwie schön. Wo war denn gleich nochmal die Maschine, wo ich das mischen sollte? Vielleicht muss ich da hingehen, damit der Böse kommt. In die Eingangshalle. Naja, perfekt, da gehen wir eh hin. Ach, guck mal, da ist er mit seinen Speedos. So, stopp. Ich speichere jetzt hier an der Stelle. Für den Fall, dass wir hier sterben, damit es nicht super frustrierend ist. Ich habe mich die ganze Zeit beim Schauen gefragt. Ne, warte mal. Ich habe mich doch die ganze Zeit beim Schauen, mir hat es sehr gut gefallen, gefragt, was die Serie mir versucht zu erzählen. Alles arbeitet auf einen Höhepunkt hin. Aber, ja, ich, äh, das stimmt. Zumindest teilweise war ich da auch ein bisschen enttäuscht letztendlich. Es gibt vor allem auch noch so viele offene Fragen in der Serie, ne. Ich finde auch, der Höhepunkt am Schluss, auf den alles hinläuft, der war dann ein bisschen... Hätte man vielleicht schöner machen können, finde ich auch. Aua. Bäm! Autsch. Vielleicht sollte ich mich heilen? Nö, mir geht's noch voll gut. Ich kann spüren gar nix. Was, ich verschwende gerade Munition. Ne, kann man den nicht töten. Ist egal, dann lade ich nochmal neu. Aber ich brauche da so ein Blutgefäß. Ich muss ihn noch down kriegen, oder? Au. Au. Ja, ja, in die Stromfallen locken, ne. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich will den einfach niederschießen. Kann ich, kann ich ihn nicht niederschießen? Das wäre so viel schöner. Hey, aber ich finde es echt ein bisschen nicht sehr gut von dem Spiel, ehrlich gesagt, gemacht. Dass man den nicht besiegen kann. Aber er reagiert auf die, zumindest, Granatenschüsse. Auf die Pistolenschüsse nicht. Die Kicks von ihm sind auch irgendwie lustig. Okay, ich lade das nochmal schnell. Dann kämpfen wir nicht gegen ihn. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen ziellos durch die Gegend laufen und gucken, wo gleich nochmal der Strom war. Ich finde den ein bisschen albern, den Tyrant, muss ich euch sagen. Mit seiner kleinen Kick-Attacke. Und seinen Speedo-Unterhosen. Und auch der Laufanimation, die ein bisschen tollpatschig aussieht. Ich finde den irgendwie niedlich. Ich finde den irgendwie ein bisschen putzig. Ne, warte mal. Hier bin ich falsch. Es gab zwei. Es gab zwei Stellen mit Stromkabel. Und die waren auch relativ dicht beieinander. Ist er jetzt weg? Speedo Gonzales? Bist du noch hier irgendwo? Ist er jetzt so Mr. X mäßig? Der läuft ab jetzt durchs ganze Haus. Aha, tatsächlich Mr. X mäßig. Crazy. Crazy. Crazy, was Outbreak für Ideen in die Reihe gebracht hat, die dann später auch übernommen wurden. Oder neu interpretiert zumindest wurden. Die es zumindest in der Form vorher noch nicht gab. Der Quietsche-Boden. Sieht ein bisschen aus wie Adam Smasher aus Cyberpunk. Ja, nur nackt. Ohne die ganzen Implantate. So Adam Smasher aus Cyberpunk, der gerade aus der Dusche kommt. Ah, guck mal. Jetzt müsste ich nur ihn irgendwie hierher locken, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Oder geht der auf Geräusche? Ah ja, stimmt. Ich kann dir das ausweichen. Das vergesse ich immer. Ah, Musik. Ich höre Musik. Ich glaube, er ist gerade... He entered the building. Das ist wie ein Monster Hunter, ne? Wenn da... Wenn Rattalos plötzlich ins Gebiet fliegt. Jawohl. Hallo, mein großer Freund. Mit deiner sexy Unterhose. Gibt's eigentlich schon einen Mod? Das bestimmt, oder? Das Mr. X und Resident Evil 2 das Outfit. Fett von ihm herkriegt. Ist jetzt wieder gegangen? Pff. Was? Hallo? Spinnst du? Warum läufst du von mir weg? Wer jagt hier wen? Kommst du jetzt? Hallo? Hier ist auch ein Stromkabel. Das wäre für mich okay. Wo ist er denn? Ich höre seine Schritte. Kommt jetzt gleich die Leiter runtergeklettert, oder was? Ach, da ist er. Hallo, mein Freund. Die Kamera ist gerade nicht mein Freund. Die Kamera ist gerade nicht mein Freund. Da musst du jetzt bitte stehen bleiben. Ja, schnell! Nein! Ah! Warum muss ich das nochmal bestätigen? Warum geht das nicht einfach los, Mann? Ja, super. Da steht's auch standardmäßig auf Nein. Wisst ihr? Die wollen mich doch echt verarschen. Ach, come on. Wisst ihr? Das dauert so... Ihr seht's, oder? Das dauert so eine halbe Sekunde, bis das Menü kommt. Und dann steht's auf Nein. Und man muss es erst auf Ja drehen. Das ist halt wirklich nicht nett. Das ist nicht nett gemacht hier. Ja. Na, guckt euch das an. Ah, da hinten liegt's. Okay, wir haben das Teeblut. Jetzt nix wie weg hier. Okay, wir haben alle Zutaten. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo der... Wo der Zusammenmischer war. Uns geht's gut. Ich weiß nicht, warum wir uns immer... Okay. Ich muss mal nochmal schnell gucken. Ich hab's nämlich vergessen, wo der ist. Den haben wir eigentlich schon gesehen, ne? Water-Treatment. 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 Ah ja, im Laboratory. Okay. Jetzt lass mich mal schnell nochmal hier speichern. Ah. Ja, nee, du. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Gehen wir ab. Ah, er kommt so schnell auf uns zu mit seinen Unterhosen und ich hab Angst. Hallo, Fusseli. Was geht? Testkorridor, Testkorridor. Ah. Oh mein Gott. Es ist aber, es ist aber wirklich faszinierend, dass wir einfach Mr. X aus dem Resident Evil 2 Remake vorweggenommen haben. Nur, dass damals irgendwie noch niemand drüber geredet hat. So, wisst ihr? Und im Resident Evil 2 Remake war das so, oh, wie revolutionär. Aber ja, er ist super nervig. Und die ungenauen Hitboxen sind bei sowas auch nicht gerade nett. So, wisst ihr was? Vielleicht bin ich im, im Aufzug sicher oder so. Moment mal, wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht mehr, wo wir hinkommen, wenn ich da runtergehe. Ich geh mal da runter. Irgendwann werden wir schon irgendwo hinkommen, irgendwie. Dann wird irgendwas passieren. Ah, okay. Das war hier. Nee, dann sind wir hier definitiv ganz falsch. Das Blöde kommt erst noch. Mr. Skyline, du machst mir heute echt also weiß ich nicht. Nur schlechte Nachrichten, was das Spiel angeht, hast du halt für mich. Okay, ich kann mit der Karte überhaupt nichts anfangen gerade. Gehen wir einfach. Ich hab keine Ahnung. Ich laufe ein bisschen random rum, bis ich den Aufzug wieder finde. Das hilft mir gerade alles nix hier. Okay, passt. Outbreak-Fall 2 wird dafür chillig. Aha, da bin ich gespannt. Schreibmaschine. Ich speichere mal wieder hier fair und so. Fair and square. Schön langsam müssen wir jetzt aber auch zum Ende kommen, ne? Wir haben jetzt, die Anzeige war gnädig diesmal, aber wir sind jetzt schon bei 72%. Und ich hab aktuell keine Heilung im Inventar. ja, also jetzt schon langsam wird's ernst. Was ist für ein Glas? Ach so, das da unten, das ist unser Spendenglas. Jedes Mal, wenn ein Abo reinkommt oder Bits oder eine Spende oder was auch immer, dann wird das symbolisiert dadurch, dass da so kleine Bommerl reinfallen ins Glas. Das ist quasi der Gag an der Sache. Und das hat so schöne Physik. Wenn da irgendein schwerer Bit-Tropfen reinfällt, dann haut's die ganzen kleinen raus zum Beispiel, ne? Und so Sachen. Ah, da ist das Labor. Perfekt. Ich bin, ich bin zufällig richtig gefahren. Da kann man quasi, wenn jemand irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 100 Einzelbits spendet, dann rieselt die so rein und dann sind da, da ist das Glas prall gefüllt mit lauter kleinen Bits und dann kommt die fette Zehnerbombe von irgendjemandem und BÄM fliegen die ganzen Bits über den Bildschirm. Ich liebe das. Labor. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier können wir auch nochmal speichern. Ich schätze, mal hier kann unser unser Unterhosen tragender Freund auch gar nicht rein, hoffe ich. Es hat doch geheißen, dass das ein bisschen dauert, bis das gemischt wird, ne? Kann mich noch erinnern. Ich habe mir schon gedacht, vom Wegen so, okay, Lea, ich schätze mal, die kann ich einfach ablegen, ne? Die braucht kein Mensch mehr. Warum trage ich die mit mir rum? Fünf Minuten später. Ach so, ich dachte wirklich, das wird so eine Stelle von wegen, wir müssen jetzt ganz lange kämpfen, bis das fertig ist. Aber dann kann einfach eine Einblendung fünf Minuten später. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein Plottwist mal. Der Strom ist ausgefallen. Ach, haut doch ab. Fusselin, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das ist sehr nett von dir, die Törtchen fliegen durch die Luft. Aber haut doch jetzt ab. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Und jetzt muss ich, ich habe vorher noch irgendein Dokument gefunden über den Generator und dachte mir so, oh, okay, muss ich irgendwann mal noch zum Generator. Da habe ich ja Bock drauf. Und jetzt ist der Strom einfach ausgefallen. Das ist wirklich nervig. Sowas, also, sowas finde ich grundsätzlich in Videospielen, auch in Filmen. Ich hasse sowas immer, wenn quasi irgendwie die Aufgabe ist, oh komm, hier noch die Hunter R, dass irgendwie die Aufgabe ist, dass man irgendwas machen muss, die Teile A, B und C sammeln und dann hat man alle Teile und bringt sie dahin, wo sie hingehören und dann kommt noch mal so, aha, aber in Wirklichkeit ist alles umsonst gewesen oder ihr müsst erst noch das machen oder man fällt so direkt vor dem letzten Kampf irgendwo noch mal in die Schlucht und muss wieder ganz von vorn anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Sowas in der Art, sowas hasse ich. Nein, alle weg jetzt hier. so und das Sturmgewehr packen wir jetzt mal als Ersatz in die Tasche. Ziemlich gruselig hier, was ist denn los? Ach, von da bin ich gekommen, bin ich einmal im Kreis gelaufen. oh oh, ach so. hm. Oh, 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 oh. They're the ones responsible for the catastrophe which has befallen the city. In retrospect, that entire tea project was a total disaster. Brute force should not be the only criterion for a weapon. It must also be beautiful, unique, and godlike. You will also assist me. You're going to play with my ultimate creation. Ich glaube, ich hatte schon das Vergnügen, Herr Doktor. Yoko, es sind zwei Jahre. Oh, aber du wirst nicht wissen, dass du das. Nach allem, was passiert, war so schrecklich. I think you'd want to erase it from your memory. Farewell. That's graphic. Crazy. Oh, oh. Oh, oh. Lensgrid, danke für dein eines Video, wo du erklärst, wie man gut in die alten Fallout-Teile reinkommt. Ich habe dazu jetzt Fallout 2 angefangen und komme ganz gut klar. Nice. Das freut mich immer, wenn man den alten Teilen noch eine Chance gibt. Weil ich finde, die sind eigentlich schon sehr cool. Vor allem, wenn man sie noch nie gespielt hat. Okay, wartet, ich speichere das mal. Wir haben jetzt zwölf Minuten. Und ich glaube, jetzt können wir quasi auch ohne Dayglow gehen, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in sechs Minuten den Generator finden müssen. Den Brutkasten reaktivieren. Ach so, doch. Genau, gut. Dann machen wir das. Genau, ne? Ich konnte einfach mir jetzt nehmen. Glaube ich auch. Also, habe ich so verstanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hin soll. Das ist eher mein Problem. Wird hergestellt. Wie lange dauert das jetzt? Daylight. Sie haben Daylight. Okay, speichern. Und jetzt, glaube ich, flüchte ich aus der Uni oder so. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Die Tür geht nicht auf. Okay, das ist schlecht. Ähm, dann sterben wir jetzt. Es sei denn, wir gehen jetzt zurück ins Büro und finden da irgendeinen Geheimgang. Weil es sieht so aus, als gäbe es da einen Geheimgang. Nein, nicht wieder zurück. Komm schon, wir haben höchstwahrscheinlich noch einen Bosskampf. Moment mal, kommt dieser alles aufsaugende Fusions-Blob-Gegner? Ist der nicht schon im ersten? Nee, warte mal. Oder kommt der erst in der Weedern? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, hier ist nur eine Pistole. Ist das eine Geheimtür vielleicht? Was steckt dahinter? Ja, ja. Ach, wir können uns mit Dayglow selber heilen. Das ist ja lustig. Das ist ja ein sehr nettes Detail. Muss ich vielleicht die Bombe da draußen im Flur entschärfen? Ist das meine Aufgabe? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe da gesehen, dass da was an der Säule klebt. Müssen wir damit interagieren? Scheinbar nicht. Aber die Tür ist zu. Was ist denn der Schacht in der Mitte? Ist das vielleicht ein Aufzugsschacht oder sowas? Nee, da wurde einfach nur was mit Folie abgehangen. Das ist alles okay. Einfach abhauen. Ja, aber wie denn, Mr. Skyline? Du sagst das so einfach. Aber wie soll ich denn einfach abhauen, wenn alle Türen verschlossen sind? Ich kann nirgends raus. Die Tür geht automatisch nach einer gewissen Zeit auf. Ah, okay. Dann schaue ich mal nochmal. Das ist zwar auch eine komische Mechanik, aber gut. Okay, gucken wir mal. Achso. Oder warte mal. Muss ich vielleicht den Strom für den... Ah. Wisst ihr was? Die Tür ist, glaube ich... Nee, warte mal. Das stimmt nicht. Nee, Quatsch. Nee, vergess das. Egal. Ich schaue nochmal zur Tür. Nee, die ist noch verschlossen. Es sieht halt für mich echt so aus, als müsste ich von hier in den Test-Korridor... Korridor. Warum kann ich Korridor nicht sagen B? Und über den dann irgendwie raus. Tür geht nicht auf. Schlüssel habe ich auch nicht wirklich. Oh, ich kann noch mehr Dayglow mitnehmen. Achso. Ja, dann heilen wir uns. Und dann nehme ich sogar noch eine Portion Dayglow mit. Weil warum denn nicht? Yeah. Guckt euch das an. Keine Prozentanzeige mehr. Ach, so ist das. Na gut. Hi. Moonless Stranger oder Strange. Äh. Wie finde ich das Spiel? Da muss ich erstmal noch drüber schlafen. Und mir Gedanken drüber machen. Mein erstes Gefühl ist, hätte mir damals eventuell gefallen. Aber vielleicht auch nicht, weil ich was anderes erwartet hätte. Und ich kann verstehen, warum man sich da richtig schön reinbeißen konnte früher. Weil es... Ah ja, guck mal. Alle Schlösser auf dem Unigelände öffnen nämlich. Aber jetzt so aktuell, ohne dass ich das von früher kenne und sowas... Macht es mir nicht so wirklich Spaß. Es ist schon okay. Es ist historisch interessant vor allem. Deswegen spiele ich es ja auch hauptsächlich. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das privat nochmal irgendwie die einzelnen Kapitel spielen würde. Ne, damit... Bli bla blub. Ich befürchte, wir müssen nochmal neu laden, weil ich jetzt zu viel Zeit verplämpert habe. Aber schauen wir mal. Ah, guck mal. Überall das ist aber nett, dass wirklich in jedem zweiten Raum, wo ich reingehe, irgendwo so eine Bombe hängt. Der war ganz schön fleißig im Bomben verteilen, ey. Da hinten blinkt auch was. Der Knopf zeigt keine Wirkung. Nein. Das Loch will sie sich auch nicht nähern. Ja, du bist gut. Jetzt funktioniert der Aufzug nicht mehr, oder was? Ja, wie komme ich denn dann hier raus? Muss ich doch über die Geheimtür im Labor irgendwie gehen? Spielen, um es gespielt zu haben quasi. Genauso kann man es sagen. Genauso kann man es sagen. Es halt war so ein... So ein historischer Resident-Evil-Blindfleck bei mir. Den musste ich unbedingt füllen. Und Outbreak 2 fehlt mir auch noch. Und dann kann ich wirklich sagen, dass ich alle Resident-Evil-Spiele, die ich jemals gab, auch wirklich durchgespielt habe. Nicht nur mal angespielt oder irgendwo gesehen oder so. Hi, Akarin. Durchs Loch springen geht nicht. Da sagt sie mir immer noch, da bleibt sie lieber fern davon. Das ist jetzt so unheimlich. Ich würde lieber mal ins Loch springen, anstatt jetzt in die Luft zu fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen, Joko. Aber, okay. Das bin nur ich. Ich fürchte, dass wir in 20 Sekunden nicht mehr fliehen werden. Ah, jetzt geht tatsächlich die Tür auf. Okay, beim nächsten Mal wissen wir es. Strom für alle Türen aktivieren und dann über den versteckten Test-Korridor. Okay, alles klar. Shit. Ich dachte, ich kann vielleicht nach oben aufs Dach klettern, aber ich befürchte, jetzt sterben wir auf der Leiter. Nooo. Sind wir wenigstens auch eine Fail-Cutscene. Na, die war kurz. Sie sind tot. Mit freundlichen Grüßen, ihr Bestattungsunternehmen. Rang F wie frivol. Zwei Stunden 42. Nee, warte mal, ich will das Ende nicht speichern. Ich lad mal hier schnell. Ey, danke fürs Rein-Followen. Das ist Waybro oder so. Äh, das... Der aktuellste Save ist vom 1.10. Ja, das ist der da vor 10 Minuten. Okay, passt. Das war gerade nach der Cutscene, glaube ich. Perfekt, dann haben wir jetzt, glaube ich, genug Zeit. Alle Schlösser öffnen. Ja. Und den Brutkasten reaktivieren. Aber jetzt holen wir uns noch Dayglow. Und dann hauen wir ab. Aber schön, dass auch Outbreak 1 mit einem Countdown und einem Selbstzerstörungsmechanismus endet. So gehört sich das. So gehört sich das. So muss ein Resident Evil Teil enden. Ach shit, das dauert jetzt, bis da ein Neues hergestellt wird, ne? Ich habe nur beim letzten Mal so lange gebraucht, dass da schon so viele fertig waren. Ja, dann gehe ich jetzt einfach infiziert. Oder? Warten wir kurz. Weiß es nicht. Ja, ich gehe jetzt. Ja, okay, gehen wir. Ich habe kein Blitting mehr gehört, dass eine neue Probe fertig geworden wäre. Hauen wir ab. Ich kenne halt jetzt leider natürlich auch den Weg nicht, über den wir laufen müssen. Ich hoffe, dass das jetzt relativ linear ist. Weil da waren wir natürlich auch noch nie. Vorsichtshalber, ne? Nicht, dass wir irgendwie blöd sterben auf dem Weg raus. Ich befürchte mal, unser Tyrant-Freund ist immer noch irgendwo da draußen. Wie heißt der gleich nochmal? Ich glaube, Thanatos ist der gekartauft worden hier oder irgendwie so. Von innen geöffnet. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Die Kahn-Zimmer. Aha. Okay. Okay. Saloon ist für mich einfach so ein Wild-West-Wort, ne? Oder soll das da Salon? Gibt es da einen Unterschied im Englischen zwischen dem Saloon und dem deutschen Wort für Salon? Ich glaube, es ist das Gleiche. Vatanatos. Ja, genau. Habe ich schon richtig in Erinnerung. Da lang, oder? Ja, genau. Gut. Oh, oh, da kommt er schon. Ich habe seinen Namen gesagt. Wenn man den dreimal sagt, dann beschwert man ihn. So, wo geht es jetzt hier gleich nochmal raus? Auf jeden Fall... Ja, der ist direkt hinter mir. Oh Gott. Lass mich doch mal hier kurz in Ruhe, bitte. Danke. Für den Turbo-Boost. What? Okay, das ist scheinbar nicht der Ausgang. Schade. Shit. Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Ich bräuchte mal ganz kurz Zeit, um auf die Karte zu gucken, bitte. Ich habe doch keinen Orientierungs-Internatus. Das kannst du mir nicht antun. Oh shit. Bin ich falsch gegangen? Ich muss da oben über den Korridor B1, oder? Aber warte mal. Ich kann hier eine Abkürzung nehmen. Alles gut. Direkt ans gegenüberliegende Ende quasi. Aber nicht die Tür, ne? Nee. Die müsste es sein, wenn dann. Nein. Ihr Arschgeigen. Alle miteinander. Alle miteinander. Okay. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass die Tür vom Hinterhof direkt in die Eingangshalle führt. Das war leider falsch. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur an uns glauben. Und ich glaube gar nichts mehr. Okay, durch, durch. Immer, immer geradeaus jetzt die Flure entlang. Okay, passt. Let's go. Wahrscheinlich muss dann noch ein Endkampf innerhalb der Timer-Zeit passieren. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Doch. Los geht's. Korridor A1. Du kannst mir gar nichts. Da erscheint er wieder. Spiro Gonzales ist so ein guter Name für ihn, weil er auch so schnell rennen kann, ne? Perfekt. So doppeldeutig. Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, nix wie raus hier. Okay. Hinterhof. Reicht das schon oder muss ich noch irgendwo hin? Ich muss scheinbar noch irgendwo hin. Ich meine, es gab noch ein paar Türen, die vorher verschlossen waren, ne? Ich könnte mal versuchen, da lang zu laufen. Haupteingang. Da geht's leider nicht durch. Da geht's auch nicht durch. Ich könnte noch an den Hafen. Es reicht, wenn du hier bleibst. Wirklich? Muss jetzt hier einfach die Zeit ablaufen? Das wäre ja eine interessante Design-Entscheidung auch wieder irgendwie, oder? Ein bisschen verwirrend. Wartet mal schnell, ich speichere mal. Aber dann lassen wir hier die Zeit einfach ablaufen. Aber das finde ich sehr seltsam. Dass man hier einfach warten muss. Vor allem sagt einem das Spiel auch nicht wirklich so von wegen hier. Geh in den Hinterhof und warte da, wenn uns Nikolai zurufen würde. Du hast Hallmittel? Komm in den Hinterhof und warte. Dann komme ich mit Hubschrauber und werde uns alle retten. So was würde ich vielleicht erwarten. Naja, wir werden sie gleich sehen. Da muss ich jetzt nicht hin, sagt sie. Okay, interessant. Okay, die gleiche Sequenz von vorher. Aber diesmal sind wir nicht kem over. Was war das? Was war das? Sieht so, dass die Universität explodiert. Ist jemand da unten? Wir sind hier, um dich rauszuholen. Somewhere nah. Es ist ein Kurschrauber in dieser Richtung. Geh da. Wir haben nicht viel Zeit. Hörst du! Okay. Hätten die jetzt hier mal nicht ein Seil? Haben die keine Leiter oder sowas? So Hubschrauber haben doch immer so eine Strickleiter. Ich habe doch genug alte Vietnam-Filme gesehen, um das zu wissen. Können wir doch nichts erzählen. Ah, die Wespen sind irgendwie auch rausgekommen. Das ist ja schlecht. Nein, bitte nicht noch vergiften jetzt. Wobei, ich habe sogar blaues Kraut jetzt. Achso. Hier muss ich nicht lagen. Kamera, kannst du mich jetzt bitte nicht umbringen hier? Holy shit. Das ist immer gefährlich bei dem Spiel, wenn man in so ein Kameradreieck gerät, ne? Und egal, wie man lang läuft, die Kamera wechselt die ganze Zeit. Dauernd ist die Richtung, in die man lenken muss anders. Ah, jetzt können wir hier reingehen plötzlich. Okay, alles klar. Okay. Ah, wir sind wirklich vergiftet. Na, wisst ihr was? Das ist eh okay. Dann pfeifen wir uns jetzt das da rein und nehmen dafür das Erste-Hilfe-Spray mit. Und dann nehmen wir noch die Munition hier mal schnell. Moment. 24 Schuss. Granatwerfer klingt doch gut. Kommen wir da runter? Sollen wir da runter? Liegt da irgendwas? Ist das was? Ja, das ist... Oh, warte mal. Oh, jetzt habe ich anscheinend wirklich das Maximum erreicht. Okay, na gut. Aber ehrlich gesagt... Spiel dich mit dem Gedanken. Vielleicht, ja, machen wir es mal so. Aber da macht die Munition gar keinen Sinn. Wisst ihr, hast du nämlich lieber für den Fall, da fällt dir noch die 15 Schuss Pistole. Dann ist es wirklich gar nicht mehr anders geht. Leute, ich muss leider schon wieder eine Pinkelpause machen. Ich muss leider nochmal... Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort vor, da Ale Road. Ich bin sofort wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann schieße ich ihm jetzt mal 25 Granaten ins Herz Ups, oh der ist aber ein bisschen gewachsen Was war denn das für ein Hulk-Sprung Jawoll Er hat immer noch seinen lustigen kleinen Kick Das ist schön Achtung, Hulk, Smash! Aha, so nämlich Da sagst du nix mehr, da sagst du nix mehr Gibt's noch ne dritte Stufe oder war's das schon? Weichei Der Unterhosenmann Moment, Kanal, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben sein Herz gebrochen Wart ab, na wunderbar Nee, 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 ist schon gut Nee, 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 ist schon gut, ist schon vorbei Guckt euch das an Outbreak durchgespielt Ja, hey Ohne Scheiß, ich mag das Konzept von dem Spiel Total gern und ich glaube, wenn man sich damals, als es rauskam Darauf einlassen Oh, Vorhof, es geht doch noch weiter Darauf einlassen Hatte können Denn, dass es nicht so ein klassisches Resident Evil ist Äh, verstehe ich schon, warum da jetzt so viele So nostalgische Gedanken für das Spiel haben Oder Erinnerungen dran Boah! Hey, werft mir einen Raketenwerfer vom Hubschrauber runter Auch das kennen wir schon Das hat alte Tradition Jeder Resident Evil Universums Hubschrauber hat einen Raketenwerfer oder zwei Oh, oh Oh nein, er hat mich noch gehulksmashed Guckt euch das an Es ist ein bisschen albern, aber schon auch Okay Haben wir gerade versucht, den Hubschrauber vom Himmel zu schießen Oder was war das? Ah, come on In die Speedos Die Speedos sind offensichtlich seine einzige Schwachstelle Guck, hab's doch gewusst Zwei Granaten in die Speedos Und weg ist er Ich hab die Resi-Teile nie gespielt Jedes Spiel fühlt sich wie ein Fiebertraum an Ja, das ist wahr Aber ich guck immer gerne zu Ich glaube diese Szenen somewhere in the back of my mind my vision turns to red debris flying everywhere was it a premonition the truth I tried to find is now in the smoke ta-da Ende naja, ich hab mein Fazit eh schon gesagt ich glaub damals, wenn man sich drauf einlassen konnte sehr cool, heute halt jetzt nicht mehr der allerkrasseste Burner natürlich, aber ich seh in dem Spiel voll Potential für ein nicht unbedingt irgendwie ein Remake oder Nachfolger aber eine vielleicht Resident Evil interne Subreihe oder ein Service Spiel meinetwegen könnte mit der Formel funktionieren wenn Capcom das etablieren möchte und jetzt nochmal 15 mal die Szenarien machen um alle Filme freizuschalten genau, jetzt bringen wir das Spiel noch auf 100% easy schnell habt ihr noch schnell 500 Stunden Zeit ich guck mal schnell auf how long to beat wie lang da die Completionist Zeit ist okay, angeblich nur 21,5 Stunden aber ich glaub, das ist nicht wirklich Komplett, Komplett ich glaub schon alleine wenn wir das erste Kapitel mit allen Figuren machen sind wir schon ein bisschen unterwegs wobei ich mir schon vorstellen kann dass die Kapitel relativ schnell gehen wenn man sie dann mal auswendig kann aber trotzdem ja ich kann sie auch nicht selber spielen bin einfach ein Schisser aber ich liebe die Lore die ist so spannend und natürlich zuschauen cool ja, äh kann ich aber voll verstehen weil ich auch eigentlich voll der Horrorspielschisser bin ich hab auch tatsächlich immer noch bei neuen Horrorspielen äh immer Angst spielen die deswegen auch immer auf leicht aber ich glaub mittlerweile hab ich mich und weil ich halt auch schon immer Resident Evil Fan war aber mittlerweile hab ich mich glaube ich zumindest so weit dran gewöhnt dass ich die ganz gut spielen kann aber ich hab auch jedes Mal wieder Schiss jetzt bei den Älteren vielleicht nicht mehr wirklich Angst in dem Sinne aber immer noch so eine Anspannung weil es teilweise gerade bei den alten Spielen wo man wirklich nur mit Schreibmaschinenband speichern kann da geht's halt um was da kann man wirklich viel Fortschritt verlieren ich will noch meine Wertung haben verdammt ich schätze mal wir kriegen wieder E oder F ran aber kriege ich meine Spitziauszeichnungen die will die sammle ich ich bin jetzt echt gespannt auf den zweiten Teil weil das waren eigentlich ganz schöne Szenarien wir sehen so ein paar Gebäude in Raccoon City so ein bisschen man kriegt ein Feeling für die Stadt das mochte ich ganz gerne aber der zweite Teil hat ja wirklich auch interessante und ziemlich crazy Orte so eine verlassene Heilanstalt glaube ich irgendwo in den Arklay Mountains wo irgendwie so eine riesige Pflanze ihre eigene Zombie-Armee mit einem verrückt gewordenen Killer irgendwie züchtet und der Zoo natürlich von Raccoon City und so weiter da bin ich wirklich gespannt Resident Evil Spiele sind manchmal echt Stress pur ja ja voll das ist gar nichts für mich ich speichere immer viel auch gerne zweimal hintereinander ja ich eigentlich auch deswegen stresst mich das auch sehr E steht für Erwartungen übertroffen ja und F für fantastisch und D steht für doll höher kommen wir nicht da müssen wir uns keine Gedanken machen der zweite Teil ist echt nice da habe ich sicher mehrere hundert Stunden drin ja krass ja kann ich mir vorstellen dass man da viel Zeit reinstecken kann in die Teile wenn man will kann ich das skippen ja ich kann skippen okay oh oh Chris Chatfield uh ist das der Krater der mal Raccoon City war nice die Katzin kenne ich gar nicht ohne Scheiß sieht ein bisschen aus dem Katzenpfotenabdruck still the same there's no way people could sustain life there not humans no sir there's a call for you from the head office put it through my student is everything ready yes we'll be dropping two for each beginning with sample T4 the rest will follow at 15 minute intervals das wurde leider auch nie wieder aufgegriffen und da hätte ich Bock drauf dass das wieder aufgegriffen wird ein Resident Evil Teil der in den Ruinen von Raccoon City spielt wo sich vielleicht über die Jahrzehnte hinweg im Untergrund irgendwas ne entwickelt hat das wäre nice man geht zu einem zerstörte Gebäude Ruinen und so weiter entdeckt vielleicht ein paar Easter Eggs aus den alten Teilen äh her damit Rang E geil wie exzellent und wir haben unsere Spitze Auszeichnung das finde ich ein bisschen lustig weil als ich vorher gestorben bin haben wir den gleichen Rang bekommen also keine Ahnung na gut neue Bonus Funktion freigeschaltet ein neues Objekt wurde in die Menü Galerie in die Sammlung ging neuer Outfits neue Filme neuer Sound neue Extras Schwermodus es ist halt wirklich schade es ging im Grunde hier los bei die ganzen vielen Spin-Offs und bei mit Outbreak ging's halt los haben immer so Cliffhanger oder irgendwelche so Anknüpfpunkte dann noch in ihren Spielen drin die aber leider dann nie wieder aufgegriffen werden schade Figurenprotokoll ah ja genau Figurenprotokoll ist meine Statistik sechs sechseinhalb Stunden haben wir jetzt insgesamt dran gespielt die meiste Zeit mit George aber nur weil wir im Krankenhaus so lange hängen geblieben sind bei den haben wir eigentlich auch nur einmal genommen ne warte mal angeblich haben wir George anscheinend zweimal genommen oder wenn ich die Statistik richtig lese die ist glaube ich nicht zeitmäßig naja keine Ahnung hey Ace on my heart vielen vielen Dank für den äh super chat vielleicht verstecken sich da Rebecca und Billy tja vielleicht 21 Kilometer sind wir gelaufen 83% Überlebensrate sind wir einmal mit George gestorben und das zählt die Statistik als zweimal spielen das kann schon sein Gesundheitszustand gut vorsichtig Gift hm so grundsätzlich die meiste Zeit war ich gut oder so von der Gesundheit her durchschnittliche Infektion bei Spielende 81% das hat natürlich hier unser George mit seinen 99% oder so ganz schön in die Höhe getrieben 63 Heil-Items verwendet meistens mit Waffen ja das Nest haben wir zweimal gestartet und einmal beendet okay alles klar theoretisch genau hier ist sogar eine Statistik ne mit jeder Figur auf jedem Schwierigkeitsgrad jedes Level leicht normal schwer und sehr schwer schaltet man anscheinend auch noch frei könnte man könnte man machen wenn man wollte ich will absolut nicht aber ich kann mir kann ich mir zumindest damals kann ich mir vorstellen dass das auch für mich motivierend hätte sein können ja eben aber guck mal da kann mir niemand erzählen dass man das hier dass man das hier alle Level auf allen Schwierigkeitsgraden mit allen Figuren in 21,5 Stunden macht also ich weiß nicht was die bei bei äh how long to beat als completionist ansehen also wann die sagen das Spiel ist jetzt komplett komplett aber das ist es glaube ich eher nicht weil dafür da sitzt man glaube ich wesentlich länger als 21 Stunden naja okay cool das war Outbreak der erste Teil war nicht so motivierend der zweite Teil war schon besser okay ja ich bin gespannt auf den zweiten hi Backpedal letzte Woche einen großen Adventskalender von Holy gegönnt natürlich LSBR10 vielen Dank das ist sehr nett von dir ich hab hier hinten auch schon den kleinen stehen den großen hab ich selber noch nicht aber auch im kleinen ist ja die die geile Glasflasche drin sehr nice hey ich kann mir ein Outfit leisten ah ja hier sind ne das ist oh wow das ist ziemlich teuer aber das hier kann ich mir leisten NPC in Inferno Outfit das schalte ich jetzt mal frei Feuerwehrmann Typ George aha jetzt können wir George als Feuerwehrmann verkleiden diese Figur ist jetzt in jedem Monos verfügbar Figuren vom selben Typ nicht wählbar das wäre voll nice wenn die auch noch Fähigkeiten hätten wenn der jetzt irgendwie immun gegen Feuerwehr oder sowas in der Art das wäre cool genau die Revelations Café Szene zum Beispiel aber ich meine es sind nicht nur die Spin-Offs ne auch Resident Evil 8 ich also wir wissen es noch nicht aber ich trau mich wetten wetten dass die Schlussszene von Resident Evil 8 und auch der Schluss vom Rose DLC und all das nie wieder aufgegriffen wird wetten schauen wir mal aber wetten wetten es geht in Resident Evil 9 nicht drum dass wir gegen die BSAA und ihre Biowaffen kämpfen und auch nicht drum dass vielleicht vielleicht Ethan doch noch irgendwo da draußen ist oder sowas oder im Pilz weiterlebt oder wie auch immer wetten all das wird nie wieder aufgegriffen also ja